Hallo, 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 willkommen zum Tele-Stammtisch, zu einer Sonderausgabe. Es ist Tag 1 nach den Oscars und wir reden heute über die Oscars, explizit über die Oscar-Verleihung 2019. Ich bin das Du und ich bin nicht alleine hier. Ich habe preisverdächtige Mitstreiter an meiner Seite. Unter anderem nominiert für den besten skandinavischen Vornamen, der Lasse. Hallo, Lasse. Hi, freue mich sehr, dabei zu sein. Ich bin der Moderator des Podcasts Fans About Films und einiges anderes, was ihr von mir vielleicht noch nicht wisst, welche noch am Ende der Show sagen. Aber ich finde es toll, dass ich dabei bin. Ich finde das auch grandios. Vielen Dank, Lasse. Und nominiert für die beste hessische Kohlkarpenzucht, der Patrick. Hi. Oder so, genau. Und Dominik ist auch dabei. Hi, Dominik. Aloha. Ja, meine Herren, schmeißen wir uns ins Getümmel. Die Oscars 2019 standen unter keinem guten Stern im Vorfeld, musste die Academy einiges bisschen gehen lassen. Es wurde angedacht, einen populären Oscar einzuführen. Das haben sie abgesagt. Kevin Hartz wurde moderiert und es wurde abgesagt. Dann wurde gesagt, lass uns mal ein paar Kategorien in den Werbepause verleihen. Haben sie abgesagt. Und jetzt war es endlich soweit. Und ich frage mal ganz frei raus, wie fandet ihr das? Was genau? Wie fanden wir was? Das Ganze, den ganzen Trubel drumherum oder das Ergebnis? Das ist eine sehr gute Frage, über die ich jetzt mal nachdenken möchte. Sag mir doch erst mal, wie du den Trubel drumherum fandest. Also das Ganze im Vorfeld, was da passiert ist. Also alles, was im Vorfeld passiert, das war schlimm. Halt das mit dem populären Oscar ist einfach die dümmste Idee überhaupt. Weil ich verstehe die Motivation von dummen Menschen dahinter, dass sie sagen, hey, ganz viele Leute gucken sich viele Filme nicht an, die für Oscars nominiert sind, weil das ist öfter mal auch nicht wirklich Mainstream. Aber seit wann denn bitte werden keine populären Filme für Oscars nominiert oder kriegen bester Film? Haben alle Rückkehr des Königs vergessen? Oder andere Filme dieser Art? Das ist so unglaublich bescheuert, dann das mit Kevin Hart, natürlich wieder frühere Kommentare wurden ihm zu verhängen. Das war ja auch schon James Gunn letztes Jahr, was natürlich auch schlimm ist, aber bei Kevin Hart war es wohl verdient, soviel ich weiß. Und dann aber war ich total davon überrascht, dass niemand Moderator sein wollte tatsächlich. Und dann habe ich später gelesen, dass man echt ganz schön Backlash dafür bekommen, wenn die Show nicht gut läuft als Moderator, ist man da einfach auch irgendwie mitverantwortlich, ganz egal, ob nun absichtlich oder nicht. Und dass sie irgendwann gesagt haben, kein Moderator, da habe ich im Vorfeld gedacht, Gott, das wird doch das einzige Chaos. Und dann auch noch mit den Werbepausen, bestimmte Oscars und Werbepausen abgeben, ist die Oberfrechheit. Wobei ich dann später herausgefunden habe, all diese Kategorien, die in den Werbepausen vergeben werden sollten, das waren Kategorien, wo ein Disney-Film nicht dominiert war. Und Disney gehört der Sender, wo das in Amerika ausgestrahlt wird. Das fand ich dann noch etwas verdächtig. Aber letztendlich ist es nicht dazu gekommen. Also das ist meine Geschichte mit der Vorgeschichte. Absolutes Chaos und grauenvoll. Aber bin dann doch vom Ergebnis etwas positiver überrascht gewesen. Okay. Wie sehen das die anderen zwei Herren? Habt ihr das auch Meinung? Oder seid ihr konträr mit eurem Vorredner? Ich kann mich da, lasse, durchaus anschließen. Also ich hab befürchtet, dass das alles zu einer reinen Disney-Veranstaltung verkommt. Also im Vorhinein war ja sogar irgendwie ein Gerücht, dass der komplette Avengers-Cast die Show irgendwie managen würde. Und dann noch die Scheiße hier mit dem Popularitäts-Oscar. Also ich hab eine absolute Propaganda-Veranstaltung teilweise wirklich erwartet. Und dass es da nicht dazu gekommen ist. Also über die Show kann man streiten. Aber Black Panther ist nicht bester Film geworden. Das ist alles, was zählt. Wobei ich auch gelesen habe, dass, glaube ich, die Chance, dass er gewinnt, auch nur bei 1% war. Also ich glaube, es ging Marvel nur um die Nominierung, glaube ich. Und jetzt, wo wir die Ergebnisse haben, Marvel ist trotzdem, glaube ich, glücklich. Denn sie haben vorher noch nie einen Oscar gewonnen. Und jetzt können sie halt immer auf die Black Panther DVD draufpressen, Oscar-Film. Denn er hat ja, glaube ich, drei Stück gewonnen. Das stimmt. Also das Marvel Cinematic Universe hat noch nicht einen Oscar gewonnen. Aber Marvel-Filme haben vorher Oscars gekriegt. Also halt ... Ja, ich weiß, Spider-Man 2 hat für die Effekte bekommen. Aber jetzt explizit, dass MCU hat noch keinen Oscar bekommen. Nee, das stimmt. Das hat mich auch ein bisschen überrascht. Ja, muss ja auch nicht sein. Ja, aber halt, ich meine, was da effekte technisch teilweise abgeliefert wird. Oder halt im Tonbereich oder sogar im Musikbereich. Ähm, es hat mich sehr überrascht, dass bisher tatsächlich keiner gewonnen wurde. Aber, ähm, cool, dass der Caesar-Fluch sozusagen gebrochen ist. Ja, äh, es wurde schon angesprochen, es gab keinen Moderator. Äh, die Show wurde eröffnet von, äh, Queen. Äh, und ja, dann ging's auch gleich los. Habt ihr einen Host vermisst? Also, ich, äh, gib mal ganz schnell meine Meinung kund. Ich muss gestehen, ich hab den Host im Opening vermisst. Aber ansonsten gar nicht. Weil in den letzten Jahren war es immer so, Host kommt raus, macht Witze. Es gibt gleich einen Einspielerfilm, der ganz üblich ist. Und das war's. Ansonsten moderiert der Host halt einfach nur die Preisverleiher an. Äh, aber jetzt wirklich vermisst, muss ich gestehen. Außerhalb des Openings hab ich ihn nicht. Ist da jemand noch meiner Meinung? Oder bekomm ich jetzt hier ordentlich Gegenwind? Äh, nö. Ähm, ich bin ehrlich gesagt auch deiner Meinung. Ähm, ich hab die paar Oscar-Verleihungen im Vorfeld nicht wirklich komplett verfolgt. Aber, äh, dass die Wahl zweimal hintern auf Jimmy Kimmel fiel, war der größte Fehler überhaupt. Denn was anderes als Trump-Witze oder Kinder in seine Sketche einbauen kann er nicht. Und, äh, deshalb verkam das alles zu dieser, okay, ich verstehe schon. Klar kann man irgendwas so in der Art einbauen. Und da ist ja irgendwie immer ein bisschen Politik überall mit drin. Aber, äh, das ging einfach so dermaßen nach hinten los. Und so wie sie das jetzt gehandhabt haben, war ich ehrlich gesagt ziemlich glücklich damit. Ich war von dem Tempo sehr überrascht und wie das alles gut ineinander griff. Bestimmt sehr viel Organisation im Hintergrund, wie da alles, äh, zusammengepasst hat. Aber hat sich ausgezahlt. Okay. Meine Herren, eure Stimmen dazu. Ich bin kein Herr, oder was? Nein, äh, du bist der Lasse. Ja, okay, gut. Ich bin was eigenes, verstehe ich schon. Meine eigene Kreation. Ich glaube, ich finde mich da irgendwo so in der Mitte wieder. Also, ich habe, äh, den Host zwischendurch immer mal wieder vermisst. Äh, ich habe mich halt auch immer mal wieder so an die glorreichen Zeiten von Billy Crystal zum Beispiel erinnert. Äh, oder aber halt anderen. Also, ja, gut, Jimmy Kimmel konnte man drüber streiten. Aber, äh, das wirkte manchmal so ein bisschen, also vor allem am Ende hat man das richtig, richtig gemerkt, wie Julia Roberts da wie so ein nicht abgeholtes Paket auf der Bühne stand. Und dann so, ja, das waren die Oscars. Gute Nacht, äh, Roll Credits. Also, das habe ich schon gar nicht mehr mitgekriegt. Da stimme ich dir aber mit überein. Ich habe es am Anfang überhaupt nicht vermisst, weil Amy Pöder und Tina Fey haben das eigentlich ganz gut anmoderiert. Und dann ging irgendwie der rote Faden so ein bisschen verloren. Und man hat auch ein bisschen dieses Chaos im Hintergrund dann doch irgendwie gespürt. Es war für mich nur noch so ein bisschen so dieses lieblose Runterrattern der Kategorien. Da hat so ein bisschen so diese Freiheit gefehlt. Ich muss ja gestehen, äh, ich würde auch dieses Jahr nicht von einer Show reden. Das ist ja wirklich eine reinrassige Preisverleihung. Es hatte wirklich was von einer, von einer Abhackliste. Reinrassig, super Stichwort. Nee, zu Green Book kommen wir gleich. Ich hatte gestern irgendwie auch auf Twitter von jemandem gelesen, der meinte, man könnte die Preise genauso gut einfach mit einer T-Shirt-Kanone in die Menge schießen. Und dann würde das Ganze einfach nur eine halbe bis dreiviertel Stunde gehen und dann ist gut. Und ein Kumpel beziehungsweise ein Bekannter, der Sunny Fox, hat dann auch noch einen ziemlichen Witz gerissen über das Outfit von Casey Musgraves. Oder wie sie hieß, da hat der gemeint, ach, jetzt weiß ich, wo meine ganzen Zulfer-Tücher hin sind. Ja, das war die, äh, Frau, die so aussah, als wäre eine Tüll-Fabrik neben mir explodiert, ne? Genau. Ja, ja. Ja, äh, wobei, äh, ich fand das Outfit von Jason Momoa ganz toll. Oh ja. Äh, das, und Helen Mirren, das waren so zwei Schrimps verkleidet als Helen Mirren und Jason Momoa. Fand ich sehr schön. Das fand ich, das fand ich, die beiden waren ein super Paar auf der Bühne. Die haben das toll gemacht. Ich glaub, da läuft auch was. Da läuft was. Ich, ich, ich hab mir direkt so gedacht, äh, wie geil wäre bitte eigentlich eine Buddy-Komödie mit der Besetzung. Also. Oh. Wär das, wär das, wär das eine geile oder eine mega geile Idee, wirklich. Hähnermit Helen Mirren als der erfahrene Cop und, äh, Jason Momoa als der Rookie? Oh ja. Ich stell mir schon die, den, den Trailer-Text vor. Er ist der Herrscher von Atlantis. Sie ist die Queen of England. Zusammen lösen sie Mordflöcher. Oh Gott. Ein Guppi und die Queen. Sie, ähm, er kann sie auch förmlich mit seinen Augenbrauen wahrscheinlich zu, zu Staub zermahlen irgendwie, äh, also. Das ist wirklich, das ist so ein geiler Auftritt, ey. Wirklich. Also wir können, äh, ich stimme dazu mit dem ein bisschen runtergerattert war's irgendwie, halt da hat irgendwie so dieser letzte Funke gefehlt, aber ich finde die Art und Weise, wie effizient es war, hat mich dann positiv überrascht. Da bin ich voll bei dir, weil ich hab die halt auch live gesehen und ich war total überrascht, als wir auf die Uhr geguckt haben, dachte so, holla, nur noch eine Stunde. Und ich weiß, in den letzten Jahren, ich hab, glaub ich, in den letzten zehn Jahren jede Verleihung live gesehen, war das echt teilweise anstrengend. Und ich hatte zwar jetzt kein Show-Programm, aber es war, es war total stumpf, aber es war dadurch auch extrem kurzweilig. Also, ähm, klar, die Werbepausen stören, das ist aber, glaub ich, ein amerikanisches Problem, weil wenn du nach zehn Minuten, fünf Minuten Werbepause hast, dann gibt's einfach keinen Rhythmus, ja, dann gibt's keinen, ich sag mal, Drive, keinen Flow, ja. Ja, ja, das ist ja überall da so. Das ist halt tierisch nervig und vor allem, wenn du dann diesen ProSieben-Stream hast und dann irgendwie gefühlt zum 30.000. Mal die Rolex-Werbung sehen musst, kriegst halt irgendwann auch einen Affen, ja. Das ist aber eine gute Rolex-Werbung, muss ich sagen. Ich hab mir gleich drei Stück gestellt. Nee, das mit der Rolex-Werbung hat mich so ein bisschen an diesen David-Dukovny-Film erinnert, der so eine Head-and-Challers-Werbung war und ich hab gedacht, diese Oscars sind wirklich so eine fucking Rolex-Werbung. Nein, aber ich meine, du brauchst ja für alles irgendwie Sponsoren und wie sie das aber zusammengebracht haben mit diesen Oscar-gewinnen Regisseuren, ich finde, das war ein ganz cleverer Spot und auch irgendwie mit ein bisschen Herz da mit drin. Das gab's aber auch schon mal, oder, meine ich? Garantiert, aber halt hier ist es mir halt besonders aufgefallen. Ich dachte, oh, ist eine nette Idee. Wer war da drin? Hier, äh, Scorsese. James Cameron hatten wir, ich glaube, wir hatten Iñárritu, wir hatten Scorsese und, ähm, Catherine Bigelow. Stimmt, Catherine Bigelow. Ist lustig, ist lustig, sie und Cameron zusammen den Werbespot zu sehen. Ja, die wurden separat voneinander aufgenommen, ganz klar. Ja, natürlich, aber es ist trotzdem witzig, dass sie so miteinander verbunden sind. Naja, auch insofern verbunden, dass, äh, sie damals mit Hurt locker bester Film abgeräumt hatte und er mit Avatar leer ausging. Genau, aber ich glaube, er ist dann nach Hause gegangen, hat gesagt, ich hab vier Milliarden Dollar verdient. Ja, er hat sich, er hat sich erstmal irgendwie eine Zigarre angezündet von einem 100-Dollar-Schein, also, das lief's dann schon. Ganz ehrlich, Hurt locker ist ja ein besonderer Film in der Oscar-Historie, weil es einer der ganz wenigen Filme ist, die halt den großen Oscar abgeräumt haben, die es trotzdem danach nicht geschafft haben, äh, Kasse zu machen. Mhm, das ist selten, also von daher ist, glaube ich, James Cameron scheißegal. Vor allem, er hatte ja im Titanic schon seinen megagroßen Erfolg in den Oscars, also... Ja, ein nach dem anderen. Ja. Ja, und jetzt zahlt es sich aus mit, mit Alita, Battle Angel und dem Kassenergebnis. Ja. Er wird jetzt die nächsten Jahre eh vier Avatar-Teile bringen, da werden wir dann eh übersättigt sein mit James Cameron. Ganz, ganz ehrlich, ich glaube, die werden nicht so viel einspielen wie der erste. Leute, ich glaube, Leute haben das Interesse verloren an Avatar. Das hat zu lang gedauert. Ja, zu lang, das wird diesen Sin City 2-Effekt zu spüren bekommen. Und auch noch Rodriguez, super. Aber es liegt ja nicht an ihm. Sin City 2 war ja in dem Sinne kein schlechter Film, fand ich. Es war halt nur einfach viel zu spät. Ja, gut, kommen wir mal von der sündigen Stadt zurück zu den sündigen Oscars. Tja, wir haben gerade eben schon so ein paar Highlights angesprochen. Also, gab es denn bei euch jetzt mal außerhalb, wer gewonnen hat, sonst noch irgendwie Highlights oder Lowlights bei der Verleihung? Irgendwas, was euch positiv wie negativ aufgefallen ist von den Laudatoren oder jetzt Dankesreden? Ich habe da ein paar Sachen. Einmal fand ich lustig, wie sie dann teilweise immerhin irgendetwas gemacht haben, was mit den jeweiligen Oscars zu tun hat. Zum Beispiel, wenn sie da kostümiert reinkamen in diesen total schrillen Kleidern für den Kostüm-Oscar. Das fand ich eine sehr schöne Idee. Mit einem headbangenden Kaninchen, ne? Ja, ich fand den Auftritt von Keegan-Michael Key richtig klasse, wie er da runterschwebt mit dem Schirm wie Mary Poppins und dann hat er Schwierigkeiten, den Schirm wegzustecken. Das fand ich, das war ein extrem charmant, das war ein toller Auftritt. Ich wünsche tatsächlich, das hätte man öfter gemacht, quasi als Ersatz für den Moderator, noch ein bisschen mehr thematisches Einleiten in den jeweiligen Oscars. Weil das haben sie nicht immer getan, aber wenn sie es gemacht haben, fand ich es wirklich sehr passend. Und bei mir so ein Highlight war es, Mike Myers und Dana Carvey immer wieder auf der Bühne zu sehen. Das hat bei mir dieses alte Wayne's World-Feeling geweckt. Vor allem zu Bohemian Rhapsody, auch wenn es ein bisschen weh getan hat, die so gealtert zu sehen, aber ja, Wayne's World 3 würde ich mir trotzdem reinziehen. Ich dachte da, ich dachte wirklich bei Dana Carvey, Gott, wo war er die ganze Zeit? Ja, noch mehr als bei Mike Myers, den sieht man ja ab und zu mal irgendwo. Ja, ich meine zuletzt in Bohemian Rhapsody. Ja, stimmt. Ich glaube, Dana Carvey hat recht erfolgreich so ein Stand-Up-Comedy-Programm gemacht in den letzten Jahren, wo er über sein Alter singierte. Der gute Mann ist, glaube ich, auch schon 60. Ja, das letzte, was ich weiß, wo er mitgewirkt hat, war bei Pets, da spricht da einen der Hunde. Ja, Karriereaufstieg, ne? Ja, trotzdem, ich meine, ist ein Job, so gesehen, und im Englischen hat man dann seine Stimme, also zählt. Ja, mein Highlight war tatsächlich die Dankesrede von Oliver Coleman. Ja. Die V ist super. Ich muss ja auch sagen, ich hatte dieses Jahr das Glück, ich habe wirklich alle nominierten Filme in der Kategorie Bester Film gesehen und hatte halt ganz klar meinen Liebling, nämlich die Favorite. Und ich finde, wenn man die Oscar-Flightung guckt und hat halt so irgendwelche Kandidaten, denen man die Dauben drückt, dann macht es halt doch ein bisschen mehr Spaß. Das ist so ein bisschen wie beim Fußballspielen, ja? Ja. Also ich bin kein Fußball-Fan, aber so muss es sein, wenn man so, jetzt kommt die Kategorie und oh, jetzt, 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 jetzt. Und naja, als Favorite-Fan war das am Sonntagnacht, war das echt deprimierend. Spielgestunden, ja. Sehr schwer. Vor allem hat Olivia Coleman als einer der wenigen noch Emotionen zeigen dürfen. Ich habe sie Favorite leider noch nicht gesehen, aber ich kenne sie aus der Serie Broadchurch, da war sie auch schon ziemlich gut. Also hat es mich für sie ziemlich gefreut. Ich habe mich mega für sie gefreut, vor allem, weil ich sie von diesen ganzen kleinen, lustigen Rollen, so aus der britischen Ecke kenne. Ich kenne auch einmal ihre Minirolle in Black Books oder vor allem ihre tolle Minirolle in Hot Fuzz. Ja. Das ist unser einziges Polizei-Vibe. Ach, die ist das? Ja, die ist das. Du Scheiße. Ich kann auch Mädchen flachlegen. Das habe ich, ich fand mich mega für sie gefreut, weil ich kenne sie schon ewig durch, durch diese Art von Rollen und fand das toll, dass sie jetzt so dermaßen im Rampenlicht stand. Also das, das war wirklich toll. Ja, die wird jetzt aber auch noch mehr bekommen. Die ist doch jetzt irgendwie, soweit ich weiß, ab Staffel 3 dann die Hauptdarstellerin in The Crown, hatte ich gelesen. Ja. Und Helena Bonham Carter spielt ihre Schwester. Oh, großartig. Guck an. Also, nee, das fand ich toll. Ihre, ihre, ihre Rede fand ich toll. Eine der tollen Reden fand ich auch, die beste Kurzfilm-Doku. Stigma Monatsblut. Das, das fand ich, das, das fand ich war eine extrem bewegende und emotionale Rede. Also da war, wurde ich wirklich total mitgerissen. Das fand ich toll. Äh, ich, äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, der Oscar für Stigma Monatsblutung war auch der allererste Oscar für eine Netflix-Produktion. Weil das war, den Film gibt's auf Netflix. Oh. Ja, äh, hab ich mir am Sonntagnacht noch in die Watchlist gepackt, aber noch nicht gesehen. Nee, ähm, auch ein Highlight von mir war, dass, äh, Into Spider-Verse gewonnen hat. Also, das erste, was ich gesehen hab beim Aufwach nach, Into Spider-Verse hat einen Oscar, dachte ich nur, yes. Hm, das fand ich auch mega toll. Halt einmal, die mussten die ihm, diesen, die mussten diesem Film einfach den Oscar geben, weil diese Art von Animation haben wir einfach auch so noch nie gesehen. Einmal hat es, einmal hat es einfach auch diese ganz tolle Message mit diesem wahnsinnig großen Diversity-Cast, was eben auch ganz toll ist, diese, diese interessante Idee, einfach wie ungewöhnlich dieser Film ist. Und eben auch so toll, dass jetzt nach langer, langer Zeit mal wieder keinen Disney-Film gewonnen hat, obwohl ja gleich zwei im Rennen waren. Einmal Disney-Pixar und einmal nur Disney. Halt das letzte Mal, dass ein Disney-Film nicht gewonnen hat, und das war auch nur, weil kein Disney-Film dem Jahr nominiert war, wahrscheinlich war Rango. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass ein Nicht-Disney-Film, äh, einen Oscar... Ja, ich glaub, Shrek hat einmal, glaub ich, auch Pixar... Das war der erste, das war der erste Animationsfilm-Oscar, der verliehen wurde, und da war es nicht Disney, ja, aber seitdem war es ganz oft jedenfalls. Also zwischendurch mal ein paar Unterbrechungen. Und ich war eben auch von Incredibles 2 ziemlich enttäuscht, von daher fand ich das auch gut, dass der nicht gewonnen hat. Der war mir deutlich vorhersehbarer, bei Into Spider-Verse hast du wirklich diese Kreativität gespürt. Und ich hab den im Kino wirklich sehr genossen. Mehrere Wendungen auch, die du nicht hast kommen sehen. Ich war von einigen total, was, so der Charakter ist das und so weiter, ich war da nach langer, langer Zeit im Kino mal wieder richtig überrascht von Wendungen. Vor allem, ich mag Spider-Man eh, und das war für mich eben der bessere Marvel-Film, der an diesem Abend gewonnen hat. Auch wenn ich jetzt nichts gegen, ähm, Black Panther hab, aber... Ich war von Black Panther enttäuscht. Ich war von Black Panther enttäuscht, das hab ich's gesagt, so. Ich, 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 äh, mach mich ganz dünn, also, äh, enttäuscht trifft es gar nicht. Naja, aber man muss bei Black Panther sagen, so sehr man da enttäuscht ist, der hat nicht in den großen Kategorien abgeräumt, deswegen kann man das noch halb verschmerzen. Ich mein, wir, wir haben überlebt, dass Suicide Squad einen Oscar bekommen hat, dann überleben wir das auch, also... Oh Gott. Echt, wie, wie, wie die Suicide Squad über Star Trek, äh, Beyond, den besten, das beste Make-up-Fall, ich, ich glaub das immer noch nicht. Das ist, äh, aber dieses Jahr hatten wir dafür auch einen super peinlichen Kandidaten in einer der technischen Bereiche, und zwar bester Schnitt für Bohemian Rhapsody. Ich muss dir gestehen, äh, also bester Schnitt, ähm, es ging ja so durch die, bis durch die Medien, da gab's ja diese eine Szene, wo sie irgendwie ihren Manager treffen im Restaurant, und innerhalb von ein paar Minuten gibt's irgendwie gefühlt drei Milliarden Schnitte oder so. Und ich muss gestehen, wenn man sich die Szene halt so einzeln ansieht, dann ja, holla, ich muss aber sagen, als ich den Film damals in der Presseführung gesehen hab, ist mir das nicht aufgefallen. Ich, mir ist der Schnitt von Bohemian Rhapsody auch überhaupt nicht aufgefallen, also weder im Positiven noch im Negativen Sinn. Mir war auch der Gewinner egal, ich fand nur wichtig für mich, dass nicht Weiß gewinnt, weil ich fand den Schnitt von Weiß ziemlich schlecht, muss ich gestehen. Oh. Ich glaub, ich glaub, Bohemian Rhapsody hat Schnitt gewonnen unter anderem deshalb, weil, ähm, er ja wirklich, weil er wirklich so ein bisschen im Schnitt auch mit gerettet wurde, wenn man bedenkt, was da alles hinter den Kulissen passierte, und dann musst du da als Editor mit dem und dem Zeug arbeiten. Also, dass es dann eben nicht eine Vollkatastrophe geworden ist, muss man dann ja in dem Sinne auch ein bisschen anerkennen. Und ich glaube, vielleicht haben sie auch jetzt John Ottman seinen ersten Oscar gegeben, weil jetzt, wo Bryan Singer, äh, durch ist, wo jetzt, wo jetzt so viel ans Licht gekommen ist, übrigens, und er sich jetzt, glaub ich, auch mal verantworten muss. Ich glaube, deshalb, John Ottman kriegt auch keine Jobs mehr dann, weil bisher war er fast nur von den Bryan-Singer-Projekten involviert. Ja, das muss man sagen, John Ottman hat ja alle Bryan-Singer-Filme bislang geschnitten und auch die Musik komponiert, glaub ich, bis auf ein paar Ausnahmen. Bei fast allen, ja. Und, äh, ich mein, Bohemian Rhapsody hat vier Oscars gewonnen, ist damit der, ja, große Sieger ist jetzt übertrieben, bei nur vier Oscars, aber hat halt, er führt die Liste an, der Oscar-Gewinner. Ähm, ganz ehrlich, warum hat niemand Bryan Singer gedankt? Das ist das große Mysterium dieser Verleihung. Ja, das musste, das musste kommen, ja, ja. Ich denke, alle unsere Hörer wissen Bescheid über, über das ganze Zeug. Obwohl, ja, ich war damals ursprünglich, äh, in dem falschen Glauben, dass er aus dem Film entlassen wurde, weil das alles ans Licht kam mit, äh, Missbrauch und so weiter. Aber tatsächlich war der Grund, dass er sich mit Carson Crews verworfen hat und irgendwann nicht mehr im Set erschienen ist. Und dann gab's eine Woche Pause. Also, das hab ich dann die Totalwaltverteilung gebracht. Ich hab gehört, dass er untertauchen musste, weil wieder nach irgendwas mit seinen, ja, mit seiner dunklen, äh, Halbfeld, in die er angeblich involviert ist, passiert ist. Ähm, und dass die Chemie zwischen, äh, den Darstellern und ihm sowieso nicht besonders gut war. Und was, äh, viele nicht wissen, Dexter Fletcher, der hat zuvor diesen Eddie the Eagle gemacht. Und der bringt jetzt Ende Mai Rocketman, also die Elton John-Beitre aus, hat, äh, dann jetzt, glaub ich, zwei, drei Wochen die Regie übernommen, äh, und gilt wohl auch so als heimlicher Retter des Films. Der wird im Film aber nur als, äh, glaub ich, ausführender Produzent genannt. Ähm, dem hat auch keiner gedankt, ne? Dem hat auch keiner gedankt, genau. Skandal. Naja, aber halt, bei sowas dann vermeiden sie dann einfach komplett, das in irgendeiner Form anzusprechen. Aber wart ihr denn überrascht, dass, das Buch im Rhapsody gewonnen hat, jetzt mal unabhängig von der Qualität der einzelnen Kategorien? Also jetzt Schnitt oder, was war's, Tonschnitt oder so, sondern einfach, weil es im Vorfeld halt diesen immensen Backlash gab? Also, dass es irgendwas gewonnen hat, war ich ein bisschen überrascht von, ehrlich gesagt. Ich hab, ich muss zugegeben, ich hab den Film nicht gesehen, weil ich interessier mich einfach in Dreck für Musikbiopics. Aber ich freu mich auf Rocketman tatsächlich, ähm, weil ich halt die Filmemacher auch so mag. Aber, äh, bei, bei Bohemian Rhapsody da so viel Zeug drumherum, wo ich mir dachte, weil es typisch, dass der nominiert ist für verschiedene Sachen. Und abgesehen davon ist die Performance von Rami Malek natürlich gut, von dem, was ich gesehen habe. Es ist trotzdem, ähm, ich weiß nicht, in dem Sinne ein klein bisschen mutig. Aber man muss ja trotzdem ein gutes Schauspiel anerkennen, selbst wenn vielleicht alles drumherum nicht ganz so gut funktioniert. Aber ich war tatsächlich bei den beiden Technik-, äh, bei diesen wichtigen Technikkategorien. Wir haben, äh, wir haben Ton, äh, wir haben Tonschnitt und dann auch noch Schnitt. Ähm, dass, dass das denn alles abgeräumt hat, war ich doch ein bisschen, naja, ich war ein Teuf. Und hätte ich's vielleicht sogar noch eher A Quiet Place gegönnt, weil der vom Sounddesign her einfach fürs Kino wirklich einmalig war. Von dieser ganzen Idee und so, das fand ich einfach klasse. Auch wenn der Film zum Ende irgendwie abflacht, aber diese Idee, die fand ich gut. Deswegen hätte ich's wirklich A Quiet Place gegönnt. Ich war überrascht, dass Ready Player One nicht in irgendeinem Tonbereich nominiert war, äh, da hab ich ein Special gesehen über das Sounddesign und was sie da alles mit einbauen. Und ich finde, das wär wenigstens eine Nominierung wert. Äh, The Evil Rhapsody ist ja nicht der einzige Film gewesen, äh, der im Vorfeld für negative Schlagzeilen gesorgt hat und dann trotzdem gewonnen hat. Es war auch ein anderer Film, äh, und zwar Green Book. Ähm, wer von euch kann denn mal kurz unseren Zuhörern zusammenfassen, was da im Vorfeld so abgegangen ist? Äh, so, so, äh, weiß, weiß jemand, meint jemand mehr darüber zu wissen? Äh, wage dich vor, ich berichtige dich das andere. Ihr könnt ihr gerne ergänzen, okay, gut. Gut, dankeschön. Ich hab ihn nicht gesehen, weil ich hasse Peter Farrelly. Ähm, ich hasse alles, was der Typ gemacht hat, zusammen mit Bob Farrelly und deshalb war der Film für mich sofort ein No-Go. Ähm, aber halt im Vorfeld hab ich dann einmal gehört, das basiert alles auf Lügen, äh, die haben dort, äh, die haben das auf wahren Geschichten basiert, was dann in dem Sinne so überhaupt gar nicht stimmte und so weit hergeholt war. Der Regisseur selbst ist in dem Sinne ein Perversling, der Drehbuchautor ist ein islamophober Rassist. Ähm, ganz, ganz viel. Und in dem Sinne ist es ja halt auch einfach eine Story von weiße Berichten über Rassismus und, äh, wie soll ich sagen, äh, packen das so ein bisschen in Watte alles. Und, ähm, in dem Sinne dieser ganze negative Backlash, den hab ich halt auf jeden Fall schon vorher gehört. Und dementsprechend war ich auch sehr entsetzt und sehr wütend, dass er gewonnen hat. Ja, das ist tatsächlich, äh, ich kann nichts mehr dazu sagen. Das ist, äh, vielleicht noch, äh, du hast den, äh, Peter Farrelly ja als, äh, Perversling bezeichnet. Also, äh, Cameron Diaz, er hat, er hat berichtet, dass, äh, beim Set von Volk nach Mary, äh, er wohl ganz gerne mal seinen Dödler ausgepackt hat. Ja. So zum Spaß. Aber, ja, ich meine, ganz ehrlich, ich meine, ich nehm die Podcasts grad ohne Hose auf, also von daher. Ja, aber wir sehen's ja immerhin nicht. Was du in deinen eigenen vier Wänden machst, ist eine Sache. Durch die Kamera einfach. Dazu kommen wir dann, wenn's soweit ist, mit, äh, äh, Live-Video-Streams. Ich will auch einen Oscar. Ich will auch einen Oscar, verdammt. Du kriegst einen Oscar. Was, was ich halt nur so eine Ironie finde jetzt irgendwie, äh, in Bezug auf diesen Nick Vallelonga, äh, der jetzt, äh, der Name irgendwie auch sehr geil, ne? Wie so ein Polo-Star, oder? Ja. Nick Vallelonga. Ja, ja. Das klingt ja auch mega weiß, ne? Bestimmt immer, immer kommt raus, Peter Farrelly kriegt die Tschuspe, die eigentlich, äh, Vallelonga hätte haben sollen. Keine Ahnung. Ne, aber, äh, hier Dings ist, äh, hier Mahershala Ali, also müssen wir auch noch kurz erwähnen, der hat ja, äh, zum zweiten Mal bester Nebendarsteller gewonnen. Und, also, er hat ja vor zwei Jahren schon für Moonlight gewonnen. Und da war er schon der erste Moslem, der den Oscar gewonnen hat. Ah, ja, stimmt, stimmt. Das haben die, glaub ich, auch erwähnt. Irgendwie. Habt ihr das mitbekommen, als Green Book bester Film gewonnen hat, was dann, äh, passiert, äh, was, äh, was geschah, geschah mit Spike Lee und Jordan Peele, die halt anwesend waren? Das hab ich nur im Nachhinein mitgekriegt. Ich hab das nicht während der Verleihung gesehen. Das hab ich auch nicht gesehen, tatsächlich, aber, ähm, ich hab nur immer gehört, dass, äh, also Jordan Peele soll gar nicht so abgegangen sein, aber Spike Lee, äh, äh, hat sich, ist irgendwie aufgehalten worden, als er aus dem Saar stürmen wollte, vor Wut. Ja, der Ehr war sauer. Und, also, also, praktisch das genaue Kontrastprogramm zu, äh, dem Moment, wo er auf die Bühne kam und mich gefreut hat. Spike Lee ist ein Mann der Extreme, ja. Ja, in, in, in seinem Joker-Cosplay fand ich auch großartig. Also, ähm, ja, er sah wirklich, er sah aus, als machte er, als würde er Cosplay machen für Jack Nicholsons Joker. Es tut mir leid. Ja, stimmt, aber der ist, der ist ja andauernd in diesen extravaganten Klamotten unterwegs. Ich glaube halt auch, er war ja nicht sauer, dass er verloren hat, sondern dass Creebo gewonnen hat. Deshalb war er sauer. Ich weiß halt nur noch, dass er, äh, hatte ich immer noch gelesen, dass er, äh, also er ist, er musste dann im Saar bleiben, aber er hat sich dann irgendwie mit dem Rücken zur Bühne gestellt, die ganze Zeit. Demonstrativ, ja. Na, wer kann's ihm verübeln, also, na. Und bei Jordan Peele hab ich jetzt gar nichts großartig gehört. Äh, Jordan Peele, also er war, der ist ja Produzent von Black Clans Man, ist aber auch nominiert für bester Film mit Spike Lee. Der ist ihm wohl hinterhergegangen und wollte so ein bisschen die Wurgen schlichten. Ja, weil Spike Lee halt dafür bekannt ist, keinen Blatt vor den Mund zu nehmen und ich glaube, das Letzte, was die Oscar-Verleihung gebraucht hätte, wäre auch so ein Rieseneklage gewesen. Das war aber halt auch noch ein Highlight, ne. Also nicht nur Spike Lee, sondern auch wie, äh, also eigentlich, eigentlich, äh, so wo wie Samuel L. Jackson den Umschlag geöffnet hat und sich gefreut hat für, und, und, wie dann Spike Lee halt, wie so ein, äh, ja, keine Ahnung, wie so eine Funko-Pop-Puppe in die, in die Arme gesprungen ist, also, das, das war schon ein Bild für die Götter. Das war schon herzlich, ja. Und dann, äh, Jacksons gesehen, äh, dann die Ungläubigkeit bei Drehbuch, äh, als dann, das, das, das andere, das Drehbuch, Original-Drehbuch, das da Green Book gewonnen hat, da ist das. Das war, das, 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 das tat mir wirklich weh. Das, also, ich hab Green Book jetzt zweimal gesehen im Kino, ähm, und ich finde, es ist ein okayer Film, aber es ist für mich kein Oscar-Film, also kein Film, der einen Oscar verdient hat. Und wenn du dann guckst, was da sonst noch nominiert war, gerade ich als Favorite-Fan, ne, oder ein Green Book, das ist so, ach, furchtbar. Ne, in dem Sinne aber auch, es ist aber eigentlich typisches Oscar-Material, in dem Sinne, da sitzen nur weiße alte Männer. Mittlerweile ja nicht mehr, deswegen hat mich das ja so gewundert, die haben ja die Oscar-Jury schon aufgestockt, ne. Ja, aber trotzdem ist das einfach so dieses Feel-Good-Filmchen, ja, wahrscheinlich auch für Weiße, dass dann, ja, 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 eine gute Erinnerung, ja, dass Rassismus schlecht ist, aber halt, das ist so diese, diese schöne Freundschaftsgeschichte und da sieht man dann noch, ach, letztendlich auf dieser, in dieser kleinen Sichtweise betrachtet, da ist das dann auch gar nicht so schlimm, da fühlen wir uns gut. Es braucht einen weißen Mann, um Rassismus zu bekämpfen. Das können die Schwarzen nämlich nicht. So, das ist, Biet, Vigo, Morten sind nicht ein Italiener in dem Ding? Ja, ja. Auch eine andere, eine andere Form, kann man das Whitewashing nennen? Ich weiß nicht genau. Äh, Italian-Washing. Nation-Washing? Nationality-Washing? Nudel-Washing, ich weiß es nicht. Nudel-Washing bei Peter Farrelly. Ach ja, scheiße, das stimmt, das habe ich vergessen. Okay, ja. Ja, Vigo Mortensen hat, war nominiert, ich glaube, auch nicht zum ersten Mal, nicht gewonnen. Er hätte schon vor 15 Jahren gewinnen müssen für die Rückkehr des Königs. Ja, aber da war er ja nicht mal nominiert. Ja, das ist ja gerade die Schweinerei, ey. Ich glaube, Herr Ringel wurde nur für einen einzigen Darsteller Oscar nominiert, besser Nebendarsteller Ian McKellen im ersten Teil. Für den ersten Teil, genau, ja. Ja, danach nie wieder was in der Schauspieler, äh, nee. Und ich finde auch, dass der, also Herr der Ring ist großartig, mit die beste Trilogie, die es jemals geben wird, aber ich finde die Gefährten mit nur vier Oscars abzustrafen, war hart. Also, ich finde Beautiful Mind eh überbewertet. Ich finde, die Gefährte hätte gewinnen müssen. Aber das ist, das ist Vergangenheit. Wir sind jetzt hier im... Das reicht für einen eigenen Podcast, ja. Genau, genau. Stu hat recht, alle anderen hören zu. Das ist ein schönes Konzept. Das machen wir. So nennen wir den Podcast. Ja, genau. Ja, genau. Ich fühle mich gerade wie bei, äh, wie bei Everworlds ein. Gute Name für eine Band, Steve, schreib auf. So, wir haben ja gesagt, äh, es gab keinen Host. Das stimmt so aber gar nicht. Denn so oft wie Alfonso Cuaron am Abend auf der Bühne war, war er ja quasi der Moderator. Was sagt ihr zum, ja, Erfolg von Roma, beziehungsweise den Erfolg von Alfonso Cuaron? Ähm, ich hab, ich hab Roma direkt am, noch am Tag, äh, an dem die Oscars stattfanden, hab ich zu Ende geguckt. Ich hatte ihn am Vorabend angefangen. Und, ähm, dachte dann auch wirklich, ja, also ich, ich hab halt nicht viele der Oscar-Filme gesehen, aber ich dachte, das wär ein schöner Gewinner allgemein. Und, äh, was der dort, äh, ich, ich kann ihn auch scherzhaft, obwohl ich Roma mochte, ich kann ihn auch scherzhaft nennen, Panning Shots for Movie. Denn genau das ist er. Also die, aber die Kamera wird auf so eine großartige Art und Weise benutzt, wo man sich wirklich dieser Welt zugehörig fühlt. Und ich fand's eine Schande, dass ich das auf Netflix gucken musste und nicht im Kino. Weil im Kino hätte das alles noch so viel großartiger gewirkt. Aber ich finde, ähm, die Art und Weise, wie unglaublich natürlich sich dieser Film anfühlt. So unmittelbar, so nicht dermaßen mega durchkomponiert. Sondern du fühlst einfach, als würde das alles auf natürliche Art und Weise passieren. Das, finde ich, macht auch dann die gute Regie aus. Und deshalb war ich dann sehr erfreut darüber, dass er diese ganzen Oscars abgeräumt hat. Allein auch, wenn du gleichzeitig Regisseur und Kameramann bist. Das ist, äh, doppelt hart. Also, äh, Props für ihn. Und ich find das ziemlich cool, wie viele Sachen er dann da gewonnen hat. Er hat aber auch, glaub ich, damit irgendwie auch ein, äh, äh, Rekord zumindest an dem Abend aufgestellt, ne? Ich glaube, ja, war nicht, war nicht auch bei, äh, war nicht, war nicht die Cowen-Brüder, haben die nicht irgendwie dreimal direkt gewonnen? Ja, also Peter Dechsen hat bei Röppel des Königs auch dreimal einen Oscar gewonnen. Mit Drehbuch, Produktion und Regie. Und wir sind wieder bei Herr der Dinge. Also, es gab's schon öfter mal in dieser Art. Ja. Aber was ich, was ich auch cool, was ich aber auch cool finde, war, wenn man bei, äh, Corona bleibt, äh, in den letzten paar Jahren mit dieser einen Unterbrechung von Damien Chazelle, waren ja diese ganzen mexikanischen Regisseure immer für, in bester Regie, dann die Sieger. Das find ich so mega cool. Halt, es war, äh, zweimal hintereinander Iñárritu, davor war's ja, äh, Cuaron für Gravity, zwischendurch gab's ja diese, äh, äh, Damien-Chazelle-Unterbrechung für La La Land. Der ist auch Mexikaner. Damien Chazelle. Echt, tatsächlich? Nein. Oh, ja, toll. Danke. Vielen Dank, bin ich jetzt ins Egal. Und dann gab's, äh, Guillermo del Toro mit Shape of Water und dann jetzt wieder, äh, Cuaron. Ich find das, ich finde, das ist, ob nun freiwillig oder nicht, das ist so ein großartiges politisches Statement gegenüber der, äh, Trump-Situation in Amerika. Ich find das ziemlich geil. Ich hab mir dann gedacht, ach, verdammt, ich hätt den auch lieber im Kino gesehen. Und der zweite Gedanke, wieso haben wir diesen Film so lange vor uns hingeschoben, ja? Die allererst mal auch nöhe Untertitel und so, aber der hat sich wirklich gut weggeguckt. Ja, ich war auch überrascht davon. Die ersten 15 Minuten waren ein bisschen schwierig für mich reinzufinden, aber dann war ich doch mega interessiert und dachte, hey, ich bin dabei. Wohin führt das? Ja, sobald man drin ist, dann geht's durch. Ja, ja, da war ich dann doch sehr überrascht davon. Und ich hab überhaupt kein Problem mit Untertiteln. Das war, das war das geringste Problem. Ich hatte einfach nur Angst, ich würd ihn langweilig finden. Und das ist zum Glück nicht eingetreten. Und er hatte wirklich ein paar sehr, sehr schöne Kameraeinstellungen und du hattest oft auch dieses Mittendrin-Gefühl. Also, ich find, er hat verdient gewonnen, auch wenn er dann bei der dritten Rede dann ein bisschen arg routiniert war und ja nicht wirklich viel Emotion gezeigt hat. Aber mein Gott, ist halt so. Kennt ihr diese Montage aus Boogie Nights, wenn Mark Wahlberg irgendwie das erste Mal einen Preis gewinnt und dann sieht man so Abläufe, wie er immer wieder preisgelt und dann einfach nur vor die, vor das Podium und strebt und dann sagt er, danke. Und das bei den Porno-Oscars, ja. Ja, genau. Wer weiß, vielleicht sagt sich der Koron, mein nächster Film muss extrem sein und dann sagt er, okay, Porno-Oscars, nächstes Ziel. Ja, also er hat doch schon hier, Itou Mama Tamien hat er doch, glaube ich, schon gemacht, ne? Glaube ich, ein relativ provokantes Ding aus Mexiko. Und danach dann Harry Potter. Das war damals auch so, ey. Aber das, also, Koron war eh, das muss immer hier einfach gesagt werden, Koron war das Beste, was der Harry-Potter-Saga passieren konnte. Absolut. Ich hab die erst neulich wieder gesehen auf einer Harry-Potter-Motto-Geburtstagsfeier von einer Freundin. Und auf meinen Wunschchen haben wir in den Dritten geguckt. Und ich war immer noch sehr davon überrascht, wie toll du da wirklich den Visionär spürst hinter der Kamera im Vergleich zu den meisten anderen. Ich liebe es. Wer ist dran schuld, dass er Harry Potter gedreht hat? Guillermo del Toro, der hat ihn dazu gedrängt und hat gesagt, hier, mach es. Weil er selber hat es auch bereut, also del Toro, dass er keinen Harry-Potter-Film gedreht hat, der ihm angeboten wurde. Das hätte ihn wahrscheinlich noch deutlich schneller durch die Decke gebracht und noch deutlich schneller in den Mainstream gebracht. Ja, sie wollten ihn unbedingt für den Sechsten. Unbedingt. Aber er hat stattdessen lieber Hellboy 2 gedreht. Aber ich bin ganz froh drum, denn sonst hätten wir keinen Hellboy 2. Und das ist ein toller Film. Ja, natürlich. Und ich find's wirklich unfassbar schade, dass kein Hellboy 3 kommen wird. Aber das Fass mach ich jetzt erst gar nicht auf. Ich muss auch sagen, dass ich die erste oder zweite oder dritte oder vierte, nee, dritte, zweite, egal. Eine der Dankesreden von Cuaron fand ich sehr amüsant, wo er gesagt hat, dass er mit ausländischen Filmen aufgewachsen ist und dann mal eben so der weiße Hai und so aufzählt. Das fand ich sehr nett. Oder Rashomon sogar, ne? Ja, genau, ja. Hat der so geil. Also da merkst du wirklich, der Kerl lebt und liebt Film. Ja, wie wir. Wo sind unsere Ausgras? Aber das Fass will ich jetzt nicht aufmachen. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal einen Podcast-Oscar oder sowas. Ich hab ja Roma immer noch nicht zu Ende gesehen, aber ich hab den Film spätestens da gefeiert, wo sie ins Kino gehen und die große Sause gucken. Also das hab ich so derbe gefeiert einfach, ey. Weißt du, du guckst diesen Film auf mexikanisch und im mexikanischen Kino in den 70ern und dann ist es plötzlich Louis Diffanis. Nein, doch. So geil, ey, wirklich. Ja, das war ein schönes Detail, genau. Was sagt ihr denn eigentlich dazu, dass Roma ja nicht nur als bester Film und auch als bester ausländischer Film nominiert war? Das hat ja auch ein bisschen für hochgezogene Augenbrauen gesorgt. Also bester ausländischer Film ist ja klar. Aber genau, bester Film ist interessant. Ich glaube, was Vergleichbares, ich glaube, Pans Labyrinth war damals nicht für bester Film nominiert, aber hat ja bester fremdsprachiger Film gekriegt. Und der war ja für ganz viele andere Kategorien dann auch noch zusätzlich nominiert. Ja, bestes Make-up, beste Musik und beste Kamera und so weiter. Da hat ja da noch zwei weitere abgeräumt, was mega, mega cool ist. Ich finde das immer toll, wenn dann bestimmte ausländische Filme dann noch für zusätzliche Oscars nominiert werden. Aber in dem Fall bester Film. Finde ich toll. Und in dem Sinne auch verdient, weil es ist auf diese ambitionierte Art und auf diese Art, was für eine Geschichte da zählen, ist es in dem Sinne auch Oscar-Material. Also etwas, was man da oft sieht. Aber auch wiederum halt, dass es eben mexikanischer Film ist, ist da auch dieses gewisse politische Statement mit bei, was in dem Fall aber auch wirklich positiv zu vermerken ist. Vor allem ist es ja auch ein Stück weit seine Lebensgeschichte und das merkt man diesen Film eben auch an. Ja, total. Also ich war die ganze Zeit überlegt, welcher genau soll er jetzt sein? Also und ich habe irgendwann herausgefunden, okay, ist einer von diesen Jungs aus dieser Familie garantiert. Ich dachte, es ist ein Dienstmädchen. Weil nämlich auch, was für Filme die dort gehen und so weiter. Und ich dachte irgendwann, okay, er ist halt definitiv, er soll definitiv einer dieser Jungs sein. Weil er hat halt erzählt, der Film, den sie dort gucken, Verschollen im Weltraum, wie er ja in den deutschen Untertiteln genannt wird, das war das, was ihn zu Gravity inspiriert hat. Und das sieht man ganz genau. Genau, das war schon ein schöner kleiner In-Joke, der aber auch so im Film sehr gut funktioniert hat. Es ist eben auch sehr schön, dieses Detail, dass er, also wenn man halt weiß, dass er selber die Kamera führt, ist das halt so, er führt dich halt praktisch mit seinen Augen durch seine eigene Kindheit irgendwo. Also das fand ich, ich muss ihn, ich glaube, ich muss ihn noch mal von vorne gucken, weil der ist halt so. Du musst dafür in der richtigen Stimmung sein, um diesen Film zu gucken, aber dann haut der dich wirklich um. Ja, und dann trotzdem so objektiv alles gefilmt, so dermaßen, so wie so Beobachter. Es ist echt krass gemacht. Ich bin auch sogar, also ich war ja heute in Weiß und in einem relativ kleinen Kino hier und da lief dann auch tatsächlich Roma. Also da hing auf jeden Fall ein Plakat von Roma und jetzt bin ich irgendwie doch in Versuchung zu gucken, ob der noch wirklich tatsächlich läuft und ob ich da vielleicht dann sogar ins Kino gehe. Nee, wenn du die Chance hast, dann würde ich sagen, ergreif sie. Das wird den Film noch so um ein Vielfaches beeindruckender machen. Schwarz-Weiß sieht eh grandios aus. Also bei ganz alten Filmen, wenn die toll restauriert sind, dann ist Schwarz-Weiß ein Hammer, wirklich. Also keine Ahnung, ob ihr mal irgendwie Casablanca oder so in HD gesehen habt auf Arte. Der dritte Mann habe ich, der war toll. Großartig. Manche mögen es heiß. Das ist das Motto dieses Podcasts, habe ich das Gefühl gerade. Was ich noch Negatives anmerken kann, dass ich es mal wieder ziemlich dämlich fand, wie mit der Kategorie Animationsfilme umgegangen wurde. Also dass da irgendwie Pharrell Williams und What's-Her-Face, keine Ahnung, reinkamen und dann irgendwie so von wegen, ja, als ich ein Kind war, dachte ich wie ein Kind, dachte ich mir jetzt auch so, oh ja genau, Animationsfilme sind immer Kinderfilme, ey. Ja. Das ist so furchtbar. Also, boah. Nee, das hört einfach nicht auf. Dieses Stigma, genau. Aber halt, ja, die Tatsache, dass halt alles animationstechnisch immer noch als Kinderzeug angesehen wird, ist natürlich blöd. Vor allem selbst Animationsfilme, die Kinder gucken können. Also welche, die dann ab 0 oder ab 6 sind oder sowas. Ganz viel davon halt richtet sich natürlich dann auch an Erwachsene. Das ist das Tolle an diesem Film. Du kannst doch trotzdem, als Erwachsener kriegst du etwas von diesen Filmen an Bedeutung mit. Und so und so. Und dann bestimmte Erwachsene verstehen dann auch vielleicht ein bisschen mehr. Und gerade halt Isle of Dogs, das ist ja so eine schöne Mischung gewesen, wo dann halt, es ist theoretisch irgendwie ein Familienfilm, ein animierter Familienfilm, aber die Hunde sehen so hässlich aus und so krank und räudig. Und das Thema selbst ist halt auch ein bisschen fies. Also am Schluss ist ja wirklich im Prinzip da eine Holocaust-Parallele mit drin. Und eben aber diese Tatsache, wie man das alles kombinieren kann, das in dem Sinne kindgerecht aufarbeiten kann, aber die Message bleibt bestehen und ist immer noch wichtig und auch für Erwachsene interessant. Eben das ist die Power, die viele von diesen Animationsfilmen haben. Und das sollte längst nicht mehr nur einfach als Kinderzeug angesehen sein, nur weil das eben auch Kinder gucken können. Vor allem Leute, die solche Animationsfilme als Kinderfilme abtun, die zeigen ihren Kindern bestimmt dann auch Watership Down. Aber hey, theoretisch können die Kinder gucken, in dem Sinne. Das ist ein sehr brutaler Film, aber es ist trotzdem in einem gewissen Rahmen, wo die Kinder den Kontext der Gewalt verstehen. Es ist im Prinzip die Kinderfassung von The Walking Dead, wenn du es so willst. Jedes Kind muss doch damit traumatisiert werden. Also das gehört doch zur Sozialisation dazu, dass man Watership Down guckt. Ich habe versucht, meinen kleinen Bruder so ein bisschen mit die Reisenslabyrinth zu traumatisieren. Hat nicht geklappt. Also Watership Down ist praktisch sowas wie der Antikönig der Löwen, könnte man sagen. Oh ja, gut ausgedrückt, ja. Es gab für mich auch eine Enttäuschung, beziehungsweise eine Enttäuschung, dass es nicht nominiert war, Toni Collette für Hereditary. Oh, danke. Ja, danke. Oh, ja, stimmt. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Ja, die hatte da wirklich eine grandiose Leistung und dass das einfach so gar nicht berücksichtigt wurde, da war ich auch irgendwie ziemlich enttäuscht. Genrefilme haben es halt echt immer schwer bei den Oscars. Ich glaube... Das verstehe ich aber nicht. Genau das verstehe ich nicht. Denn damals... Wann war das? In den 70ern? Der Exorzist? Ist der einzige Horrorfilm, der jemals einen Oscar für Bester Film gewonnen hat. Aber damals... Nee, nee, nicht Bester Film. Bestes adaptiertes Drehbuch auf jeden Fall. Aber vielleicht war er auch nominiert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Linda Blair war nominiert. Ja, also es gab viele Nominierungen und zwei haben abgeräumt, glaube ich. Aber halt die Tatsache, dass so ein unglaublich alter Film und einer der wegweisenden Horrorfilme kriegt in Oscars und dann hast du die Situation heutzutage, dass das sowas von immer weggewischt wird. Nämlich, ich weiß noch, das hatte ich in einem anderen Podcast erzählt, als im, ich glaube, im Spätfilmpostcast, als das Schweigende Lämmer rauskam. Da wurde im Vorfeld immer die ganze Zeit gesagt, oh, es ist ein Horrorfilm. Es geht um einen Mann, der Menschen isst und jemand anderen, der einen an die Haut abzieht und sich draußen einen Anzug macht und so weiter. Es ist ein Horrorfilm. Und dann, als rauskam, dass der Film für so gut befunden wurde, dass der vielleicht Oscars abräumen könnte, haben plötzlich alle gesagt, ah, nein, 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 das ist ein Psycho-Thriller. Ja. Und ich finde dieses Stigma, das Horror in diesem Bereich hat, so unglaublich unfair. Halt, weil ich mir denke, habt ihr alle vergessen, was damals der Exorzist getan hat? Klar, er ist anders als viele Horrorfilme heutzutage, in dem Sinne, dass er inszeniert ist wie ein Drama. Er fühlt sich sehr viel mehr an wie ein Drama. Trotzdem ist es ein Horrorfilm. Und gerade halt im Schauspielerbereich, du könntest da so viele tolle Sachen machen, aber wirklich die Tatsache, dass da bei technischen Sachen da nicht nominiert wurde und gerade im darstellerischen Bereich, das ist im Fall von Hereditary wirklich eine Frechheit. Ja, vor allem, es ist wirklich mal so ein schöner Horrorfilm abseits von diesen billigsten Jump-Scares. Der hat auch ohne das eine unangenehme Stimmung gemacht. Ich habe den bis heute noch nicht zu Ende geguckt. Ich war viel zu verstört davon. Ich muss gestehen, also Hereditary war mein, also für mich der beste Film des letzten Jahres. Neben The Favourite. Stimmt, ja, 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 ja. Aber jetzt macht das fast nicht wieder ausdrücklich. Das tut immer noch weh. Nur ein Oscar und zehn Dominierungen, was soll denn das? Das war echter Horror. Das war echter Horror. Tröste dich mit dem Marathon von Broadchurch. Hey, aber in dem Sinne hat The Favourite einen gewissen Fluch gebrochen, denn alle paar Jahre hast du die Situation, dass ein Film für zehn Oscars nominiert ist, immer zehn und keinen kriegt. Juhu, er hatte einen. Toll. Das war bei Gangs of New York so, das war bei True Grit so, in den letzten paar Jahren immer mal wieder und jetzt halt The Favourite, aber der hat jetzt diesen gewissen Fluch gebrochen. Und hey, jetzt immerhin einer. Aber The Favourite ist auch einer der wenigen Kostümfilme, die nicht bestes Kostüm gekriegt haben. Das ist auch interessant. Darf man auch nicht vergessen. Ja, und weiter geht das Messer herunter. Okay, okay. Nee, nee, du musst nur noch moderieren. Ja, ich wollte noch was anderes ansprechen, wo ihr gerade über Horrorfilme dran wart. Gehen wir mal über einen anderen Horrorfilm. Der, als er rausgekommen ist, wurde er gehandelt als der große Oscar-Abräumer-Film. Tja, Überraschung, er hat jetzt nur einen gewonnen. Ich rede über A Star is Born. Was zum Fuck war das denn jetzt? Geilste Anmoderation ever. Oder Überleitung ever. Ja. Ja, kommen wir von der kotzenden Linda Blair zur schauspielenden Lady Gaga. Ja, aber irgendwie musst du Melissa McCarthy mit ihrem Outfit noch mit reinbringen. Ja, das war angelehnt an The Favourite. Ach, scheiße, stimmt. Ja, das mit den Hasen. Deswegen, super Moment. Es macht trotzdem nicht wieder gut, dass The Favourite nur einen Oscar gewonnen hat. Und dass Yorgos mehr ausgegangen ist. Team Yorgos. Yorgos forever. Yorgos, I love you. Okay. Ja, Star is Born, wie gesagt, als der Film rauskam, wurde geschrieben, das ist der große Oscar-Anwärter. Er wurde auch ein paar Mal nominiert. Bei den Golden Globes ging er auch schon größtenteils leer aus. Was ja nicht immer so viel heißen muss. Jetzt haben sie aber nur bester Song. Ich glaube, ganz ehrlich, das war doch, glaube ich, der Oscar, wo sich niemand gewundert hat, dass der gewinnt, oder? Bester Song? Nö. Ist auch ein, muss ich auch sagen, ich habe den jetzt bei der Verleihung zum ersten Mal gehört. Ich habe den Film nicht gesehen und ich musste sagen, hey, ist ein schöner Song. Es war halt keine Überraschung. Also ich habe bei Twitter, glaube ich, geschrieben, ja, Überraschung des Abends. Shallow hat gewonnen und Lady Gaga hat Platin-blonde Haare. Apropos Song, warum wurde es Stars Born nicht gespielt während der Verleihung? Alle anderen Songs wurden vorgesungen, aber nicht All the Stars aus Black Panther. Warum wurde der nicht vorgesungen? Keine Ahnung. Jetzt habt ihr das irgendwas gelesen von, da gab es auch wieder so eine Art kleiner Shitstorm, aber warum das so ist, keine Ahnung. Ich muss auch gestehen, ich habe ihn nicht vermisst. Fand ich schade. Ich mochte den Song nämlich gern. Aber dafür wird doch aus Buster Scruggs der Song. Der hätte gewinnen müssen. Ohne Witz, der hätte gewinnen müssen. Oh mein Gott. Der Song ist der Hammer. Das ist ein groß, so ein toller Song, ja. Ja, aber der war dann halt wieder zu edgy wahrscheinlich, irgendwie, denke ich mal. Also, ja, hier, Shallow ist doch wirklich eine typische Oscar-Ballade. Und das ist auch ein guter Song. Aber ich hätte ja wirklich auch damit gerechnet, abgesehen von Shallow, das größte, die größten Gewinnchancen hätte da Mary Poppins gehabt, weil das ist halt Disney und Songs und Musical und Nostalgie, bla bla bla. Wobei, also ich fand, Mary Poppins 2 fand ich ganz okay, also relativ gut sogar, aber ich fand die Songs tatsächlich ziemlich schwach. Ich habe den gar nicht erst gesehen, hatte keine Lust drauf. Hard out. Wer hat denn die Musik eigentlich nochmal zu dem alten Mary Poppins gemacht? Bei dem neuen war es jetzt, glaube ich, irgendwie Mark Shaman. Mark Shaman, genau. Und die anderen, die... Das im Original waren halt die, die Songs waren ja die Sherman Brothers, auch ja legendär. Kann man fast verwechseln. Mit H.P. Baxter. Mit H.P. Baxter. Jetzt das dritte Mary Poppins Sequel heißt dann einfach nur Hyper-Hype. Oh mein Gott. Oder Mary Hyper. Keine Ahnung. Also die Songs... Oder Maripa. Mary Poppins 3 wird Ihnen präsentiert von Rockstar Energy. Songs und Musikwahl von den Sherman Brothers und dann noch zusätzlich Musik von Irvin Kostow. Aber die leben ja nicht mehr, aber man kann sie ja sehen in Saving Mr. Saving Mr. Wings, genau. Einer lebt noch. Einer lebt noch? Ja, der hat ja zum Beispiel für den Christopher-Robin-Film drei neue Songs geschrieben und ist auch im Abspann zu sehen, wie er ihn spielt am Strand. Ach so, okay. Ja, also einer ist noch da. Okay. Hat einer von euch First Man oder wie in Deutschland heißt Aufbruch zum Mond gesehen? Leider nein. Leider nicht. Nee. Nee, weil da hatte ich kein Interesse dran. Okay, gut. Dann, dann... Okay. Aber der hat, glaube ich, zu Recht Effekte gewonnen. Also, was man da gesehen hat. Ja, die waren super. Die waren super. Ja, wenn jetzt... Wenn jetzt... Wenn jetzt Pia hier wäre, welche eigentlich auch mitmachen wollte, die hat sich tierisch drüber aufgeregt und ich musste sie dann darüber aufklären, warum der wahrscheinlich gewonnen hat, weil... Weil, äh, wenn man sich die ganzen Nominierten anguckt, ist... Ist in dem Sinne klar, warum, weil man guckt ja auch ein bisschen bei den Oscars, gerade bei Effekten, guckt man ja auch ein bisschen nach Klasse-Stadtmasse und im Fall von, ähm... Na, ähm... Na, wie ist der First Man? Ähm, ist es ja auch so gewesen, dass da ja wirklich in dem Sinne Effekte so realistisch dargestellt werden und halt man... Hey, es sieht wirklich aus, als wären sie im Weltall. Hey, das sieht aus wie die Erde dort und weiter ferner und auf sowas, glaube ich, zielen die eher ab als auf so ein Spektakel wie Infinity War oder, ähm... Wobei ich sagen muss, bei Infinity War gab's wirklich ein paar Effektszenen, die echt mies waren. Ja, da gab's ein paar Sachen. Nämlich lustig auch, die zeigen ja immer Clips für bestimmte Sachen und bei Infinity War ist mir aufgefallen, die zeigen da einige coole Ausschnitte. In keinem dieser Ausschnitte ist der Iron-Man-Anzug zu sehen. Wo man jetzt diesen Hulkbuster wieder heißt, ne? Nee, 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 nee. Nein, nicht den, sondern halt den, den Iron-Man wirklich trägt. Diesen halt neuen, eng anliegenden Anzug, der für mich immer noch aussieht wie Bodypaint. Und deshalb, das haben sie klug gewählt, weil das war mit Abstand, fand ich, der neue Iron-Man-Anzug war mit Abstand der schlechteste Effekt im ganzen Film. Nee, ich fand, der schlechteste Effekt, Achtung, kleiner Spoiler zu Infinity War, ist, wenn sie zum Schluss da so in Wakanda auffahren und dann Mark Ruffalo in diesem Hulkbuster-Anzug ist. und dann siehst du halt den, das sieht so aus, als wäre der Kopf so aufmontiert auf diesen Hulkbuster. Man hat ein bisschen diesen Schwebe-Kopf-Effekt bei ihm, das stimmt schon, aber das war im Vergleich mit dem anderen Iron-Man-Anzug, fand ich das jetzt nicht. Ich muss sagen, ich, also ich freue mich für First Man, ich bin kein Damien Chazelle-Fan, aber den Film fand ich echt super. Ich habe aber gedacht, also ich dachte Solo gewinnt, weil Solo irgendwie, ich habe den im Kino geguckt und fand den auch ganz nett und das war seit langer Zeit mal so ein Effekt-Blockbuster, wo mir die Effekte halt nicht, also aufgefallen sind, also auch im negativen Sinne. Ja, wo du jetzt denkst, oh CGI oder bla bla. Ich meine, sie hatten halt auch genug Zeit, um ehrlich zu sein. Oh, okay, ja. Und bei Ready Player One fand ich auch gut, der hat natürlich diesen artifiziellen Look, das natürlich zur Handlung gehört. Ja, beeindruckend. Aber wenn Infinity War gewonnen hätte, wäre ich, glaube ich, echt ein bisschen sauer gewesen, tatsächlich. Ja, Infinity War war in dem Sinne vielleicht der, weiß nicht, das, wo man denkt, ja, die Effekte erfüllen ihren Zweck, aber es ist jetzt nicht das Allerherausragendste, aber es ist ja auch ein extrem riesengroßer Film. Bei Ready Player One hätte ich mich ehrlich gesagt über den Gewinn sehr gefreut, weil das ist schon ein ambitioniertes Projekt, was die da machen und die Tatsache, dass du denkst, du bist im Shining-Set, wenn du bedenkst, das ist alles digital, das ist der Hammer. Das war meine Lieblingsstelle im Film, also. Und bei Solo hast du halt, da haben sie auch viele praktische Effekte benutzt, was ich toll fand. Richtig viel Puppentrick und richtig vieles, richtig viel Zeug, was wirklich da war. Und das CGI ist mir halt auch nie negativ aufgefallen. Aber ich hätte mich mega gefreut über Christopher Robin, weil ich da die Effekte so toll fand und so wunderschön integriert und so lebensecht. Das finde ich, das finde ich, wäre ein sehr, sehr schöner Gewinn gewesen. Ja, ich hätte auch gedacht, dass der es macht, irgendwie so ein bisschen. Also es gab ja, wenn man sich erinnert an den Jahrgang, wo hier Mad Max Fury Road ja auch als bester Film nominiert war. Ach, hätte er mal gewonnen. Ja. Der hatte ja, dem wurde ja tatsächlich der Effekte-Oscar. Ja, der Film hatte Effekte und zwar nicht zu knapp, weil ja alle immer sagen, der ist komplett handgemacht. Ja, er ist handgemacht, aber es ist halt auch fucking CGI drin. Aber er ist super gemacht. Der Film ist sender von dem. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Es ist halt nur die die organische Mischung. Ja. Aber dem hat halt damals Ex Machina dann tatsächlich den weggeschneit. Ja, da auch wieder. Da auch wieder klasse Stadtmasse in dem Sinne, weil natürlich halt Mad Max Fury Road wurde gehypt als Rückkehr der praktischen Effekte. Ja, gibt es viele praktische Effekte, aber eben halt auch CGI-Touch-Ups da, wo es nötig ist. Man kriegt es halt nur nicht direkt mit und das ist toll. Ich fand das so lustig, wenn dann Leute zu mir gekommen sind, weil ich bin ein großer Mad Max Fury Road-Fan. Ich glaube, es gibt keinen Film, den ich öfters im Kino geguckt habe, außer, glaube ich, Herr der Ringe. Und dann kamen Leute zu mir und übrigens, ich habe es geguckt, da sind auch digitale Effekte drin. Ach was? Nein. Romantische Komödien haben heutzutage digitale Effekte. Also, das ist einfach, wenn du heutzutage, weiß nicht, bestimmte Filme guckst und du guckst in den Hintergrund, kannst du dir gut vorstellen, da das Gebäude ist vielleicht verbessert worden oder da fahren Autos rum, die eigentlich gar nicht da sind. Ohne Witz, jetzt, sie haben das Schamhaar von dieser komischen Schausprung auf Fifty Shades of Grey gemacht, digital. Ja! Genau, genau. Die haben den Hundehaufen in John Wick, der ist auch digital, muss mich ja vorstellen. Was? Da gibt es eine Szene, da kackt der Hund auf John Wicks Rasen und John Wick so, oh nein, oh mein Rasen, und macht den Hundehaufen weg und der Hundehaufen ist halt digital. Wo ich mich auch frage, habt ihr keinen Hund auftreiben können, der mal eben kurz so, weißt du, ich meine, wir reden hier von Hundescheiße. Nee, oder was ist mit Props? Warum legt ihr keinen Fake-Haufen hin? Das verstehe ich mir wirklich gar nicht. Wobei, das stelle ich mir lustig vor, als der Regisseur geht so diese Fake-Props kackhaufen hin. Ah nee, 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 also die Farbe gefällt mir gar nicht. Nee, das passt dramaturgisch nicht zum Setting. Ich stelle mir gerade vor, wie von verschiedenen Projekten sich Computer-Animatoren in einer Bar treffen und dann so, und, was hast du heute animiert? Scheiße. Oder Dakota Johnsons Schamberat. Ja, genau, das ist einer der, der, Aber, ähm, hier, ich glaube sogar bei Avatar ist, glaube ich, sogar die Kippe von Sigourney Weaver ist, glaube ich, sogar digital. Ah, aber das hat dann wiederum auch politische und gesundheitliche Gründe dann garantiert. In den meisten Filmen heutzutage, wenn Leute rauchen, dann ist wahrscheinlich auch der Rauch digital oder so. Aber hier bei, ähm, äh, Dings war auch, glaube ich, Oscar nominiert für Effekte. Das war total merkwürdig, mal hier Gone Girl. Das hat irgendwie keiner verstanden und dann habe ich mal irgendwie so ein Making-of-Video online gesehen und selbst diese bescheuerte Bar, in die Ben Affleck geht. Die ganze Fassade ist fast komplett digital. Unfassbar. Ich, ich verstehe da, ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, was David Fincher immer macht in seinen Filmen. Halt, warum, warum macht er so vieles digital, was genauso gut halt, weiß nicht, ein Auto, einen einfachen Autocrash oder ein Auto fährt in den anderen Auto her, einen Zug, der fährt. Warum? Ich war echt überrascht, als ich mal bestimmte Sachen durchgegangen, wie viel in seinen Filmen digital ist. Und ja, man kriegt es nicht mit, aber ich finde es einfach merkwürdig. da verlernen, ich habe das Gefühl, die Filmemacher verlernen da ein paar Sachen. Beim nächsten Mal machen wir dann Lass es Filmschule. Ich freue mich ja nur bei bestimmten Sachen, wo ich mir denke, halt, wäre das nicht einfacher praktisch? Gut, ich verstehe schon, CGI ist billiger und sicherer, aber dennoch, ich finde das komisch, wo teilweise Computer eingesetzt werden, wo es nicht wirklich nötig wäre. Kommen wir mal von Hundehaufen und Dakota Johnsons Schambehaarung zurück zu den Oscars. Es ist kein weiter Weg. Tja, Netflix war, Netflix war neben Disney der große Gewinner. Denn Netflix, die waren letztes Jahr, glaube ich, bester Song für Modbound im Rennen und haben jetzt mit Roma halt groß abgesahnt. Was glaubt ihr, wird das, werden wir Netflix in nächster Zeit öfters bei den Oscars sehen? Vielleicht eines Tages auch mal wirklich bester Film? Ich habe eine Theorie, was Netflix angeht in der Zukunft. Will keiner hören. Und zwar, ich glaube, das ist eine Sache, die wird in 15, 20 Jahren zur Realität spätestens. Und zwar, alle Kinos werden in Disney-Besitz sein. Und das ist wirklich, das ist nicht ironisch, ich meine das vollkommen ernst. Alle Kinos werden in Disney-Besitz sein und dort werden die großen Spektakelfilme gezeigt. X-Men vs. Iron Man 15 und so weiter. Also all dieses ganze Zeug. Und die Filme, die halt wirklich Oscar-Kandidaten sind, die guckst du dann auf Netflix. Das wird dann diese in Anführungszeichen echten Filme, also Drama und so weiter, das kriegst du auf Netflix, weil die Leute heutzutage nur noch für die Spektakelsachen ins Kino gehen und nicht mehr für ernsthafte Dramen und das ganze Zeug. Und deshalb werden die sich einfach so komplett auf diese Schiene konzentrieren, dass du, hey, wenn du ein ernsthaftes Drama sehen willst, dann kannst du genauso gut schön bequem zu Hause sitzen und für das große Spektakel in 3D, da gehst du dann ins Kino, in den neuesten Disney-Blockbuster. Also deine Utopie hat zwei große Probleme. Das erste Problem ist, ich glaube, du hast recht. Das zweite Problem ist, ich bin halt nicht nur Film-Fan, ich liebe es, ins Kino zu gehen. Ich finde, Kino ist einfach die reinste und beste Form, einen Film zu sehen. Und klar, Roma funktioniert auch so wunderbar. Aber wie wir alle schon gesagt haben, im Kino, glaube ich, kenne ich noch mal ein bisschen geiler. Und es tut mir jetzt schon leid für die Unmengen von wahrscheinlich tollen Filmen, die ich im Kino nicht sehen kann. Denn, okay, bei den Oscars muss man ja irgendwie, der Film muss, glaube ich, einmal in Los Angeles laufen oder so. Ja, mindestens zwei Wochen in Los Angeles und New York in einem Kino. Und ich glaube, Roma wurde auch in Sinister in Berlin irgendwie drei, vier Abende gezeigt. Das ist natürlich für mich in der Vorstadt von Köln super, ja, weil die Kinos, die in meiner Umgebung sind, die werden sowas wie Roma nie zeigen. Da läuft halt, wie gesagt, Iron Man vs. X-Men Teil 15. Spoiler, Spoiler, Iron Man stirbt, wird aber dann wieder, aber es wird im 16. Teil dann sehen. Ich habe ein bisschen Angst davor. Das Problem ist halt tatsächlich, ich glaube, es wird Realität, denn Disney, was bringt Disney dieses Jahr raus? Sie bringen Dumbo raus, sie bringen Aladdin raus, Artemis Foles, Star Wars, Toy Story 4, äh, ähm, Captain Marvel, Infinity War. Das bringen die alles und jeder einzelne Film wird ein Top-Hit, außer vielleicht Artemis Fowl, aber das werden die aushalten. Ja, Artemis Fowl wird floppen, garantiert leider, Und das macht, ich habe ein bisschen Angst davor, weil ich muss auch gestehen, ich habe nichts gegen die Marvel-Filme, ich finde viele sehr gut, ich finde keinen auch wirklich richtig scheiße, aber ich muss auch sagen, ich habe langsam ein bisschen die Schnauze voll von dieser Marvel-Formel, wenn ich ehrlich bin. Aber es gehen doch dann jetzt, man muss auch noch die Fox-Filme mit einrechnen, ne? Ja, noch ist es ja nicht offiziell, noch ist es ja die Tinte nicht warm, oder getrocknet, also noch ist es Fox-Fox, das darf man nicht vergessen, aber. Ja, aber ich glaube halt, jetzt Alita war jetzt der letzte reine Fox-Film tatsächlich vor dem endgültigen Eintritt des Disney-Deals. Ja, ich weiß, ja, Disney in dem Sinne, das ist wirklich so ein verschlingenes Monster. Ich habe hier die Theorie, Disney hat wirklich irgendwo so einen Geldspeicher stehen, wie Dagobert Duck. Halt wirklich so einen, so einen riesigen Kasten voll mit Kohle und die Executives baden darin. Halt, ich bin da einfach davon überzeugt. Und, ähm, ich, halt, die Tatsache, dass sie das alles so verschlingen, ist natürlich etwas merkwürdig. Bestimmte Sachen werden sie einfach nicht kaufen können. Äh, bestimmte Sachen werden, äh, in der Hinterhand bleiben und Disney, weiß nicht, kann da nach wie vor ihr Spektakel drehen und ihre Sachen remaken, wie auch immer. Äh, ich hab wahrscheinlich, weiß nicht, vielleicht, ich meinte das nicht in Stein, aber vielleicht boykottiere ich König der Löwen, weil das erscheint mir einfach wie die völlige Sinnlosigkeit. Äh, aber warum denn? Sie drehen den Film eins zu eins nach, diesmal mit Computeranimation, ist doch toll! Ja, aber das ist einfach, warum? Halt genauso, in 20 Jahren wird der aussehen wie Arsch der Film. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, und halt so viele Zeichentrickfilme kannst du dir heutzutage noch angucken und sagen, ja, das ist wunderschöne Zeichentrickanimation, heutzutage macht man sowas nicht mehr, aber es sieht immer noch wundervoll aus. Einfach Zeichentrick ist so viel zeitloser. Ich, ich, ich hatte das sogar mal zu, äh, ich glaub, da haben wir es sogar mal drüber geschrieben, Lasse. Äh, ich hatte mal in irgendeiner Facebook-Gruppe, äh, wo es halt um, um den Lion King Teaser, da ging vor ein paar Monaten, äh, hatte jemand allen Ernstes geschrieben, ja, man muss das doch auch mal für neues Publikum haben, weil so ein alter Zeichentrickfilm, der muss ja für heutige Kinder, der muss ja wirken wie so ein 8-Bit-Spiel aus den 80ern, wo ich mir dann wirklich denke, hast du jemals Lion King auf Blu-ray gesehen? Ich mein, der gibt's jetzt, glaub ich, mittlerweile sogar in 4K. Der sieht umwerfend aus, wirklich. Schon, schon, aber man muss ja sagen, äh, der reine Zeichentrickfilm, jedenfalls was das westliche Publikum angeht, ist ne, ist wirklich ne aussterbende Art und ich denke, für viele zeitgenössische Kinder ist das altmodisch, weil heutzutage ja auch sowas gar nicht mehr im Kino kommt. Und deshalb, in dem Sinne hat er auf ne gewissen, auf ne gewisse Art und Weise recht, aber das ist nicht die Schuld der Kinder. Ähm, das ist einfach die, die Schuld von, davon, dass das nach und nach wirklich ausstarb und sie sich auf CGI-Animationen konzentriert haben. Und, ähm, deshalb, ich hab so lustig diesen Vergleich gehabt, ich hab Drachenzähm, den dritten Drachenzähm, zweimal im Kino gesehen und war so beeindruckt davon, wie, meine Güte, das sieht ja großartig aus und ich hatte den ersten Teil auch immer noch so toll visuell in Erinnerung und hab den, äh, neulich, äh, nochmal gesehen, den ersten Teil und dachte mir, boah, der sieht immer noch richtig gut aus, aber tatsächlich nicht ganz so gut wie dann der dritte. Also selbst da kannst du schon gewisse Alterungserscheinungen sehen und CGI ist immer das allererste, wo du bemerken wirst, oh, das ist, das veraltet, das ist veraltet dann und dann. Also, es ist blöd, aber wenn Disney fährt diese Erfolgsschiene weiter und die Leute sind immer noch dumm genug, da reinzugehen, jetzt nach diesem, ähm, Will Smith Genie Backclash hab ich ja die Hoffnung, dass vielleicht bestimmte Leute da nicht reingehen, was ganz schön wäre, aber wer weiß. Aber Will Smith ist doch so schön blau. Ja, ich bin auch blau nach drei Bier. Erfüllst du dann auch Wünsche? Er ist nach 30 Jahren endlich wieder im, äh, Fresh of Prince, äh, Fresh Prince of Bel-Air-Modus ist doch ehrlich. Er ist der Genie, der Genie of Perseire. Das, also für, für mich wirkt das wie so eine Verzweiflungstat, weil sagen wir mal ehrlich, äh, was ist die letzte Komödie, die Will Smith gemacht hat? Man in Black 3? Verborgene Schönheit. Ich mein's ernst. Ich mein's ernst. Also, also, also bitte, ja, das ist so ein hochemotionaler und wichtiger Film gewesen, den keine Sau gesehen hat. Ich bitte dich, das ist als, als, als hätte Endnight Schermalan sie im Leben gefilmt. Das ist der Film wirklich ungelogen. Ich, das ist, aber Fuck that piece of shit. Wir haben gerade ein großes Problem. Wir entfernen uns gerade von unserem Kernthema und zwar massiv. Ich, 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 ich wollte gerade noch was sagen eigentlich zu Netflix. Bevor du das machst, ich, ich lade euch alle ein, äh, in späterer Zeit mal gerne einen Podcast darüber aufzunehmen. Ja. Das ist ein sehr interessantes Thema, wie ich finde. Äh, nur es bringt uns jetzt hier thematisch zu den Oscars nicht weiter. Ja, hatten wir eh geplant, glaube ich, Patrick. Äh, äh, immer, wenn irgendwelche Vorschläge im Raum standen, dann direkt Disney, Rant oder, also ich möchte auf jeden Fall sehr gerne was zum Streaming machen in der regulären Ausgabe. Also, Leute, hier hörtest du erst, der Thiel-Stammtisch wird demnächst, äh, ein paar richtig tolle Podcasts machen. Ähm, aber jetzt erstmal wieder zurück zu den Oscars beziehungsweise zu Netflix. Dominik, du hattest was, bitte. Du, soll ich nicht noch Werbung machen für den bevorstehenden Hatecast von Verborgene Schönheit? Das Problem, äh, zur Erklärung, ich bin ja auch bei Movie Break tätig, ich mache da auch Podcasts und wir machen da Hate- und Lovecasts und der Lovecast geht's halt darum, Filme, die ganz viele Leute scheiße finden, nur ich und mein Kollege Pascal nicht und Hatecast ist halt das andere, ja. Und wir möchten gerne Verborgene Schönheit machen als Hatecast. Das Problem ist nur, dieser Film ist halt einfach total erfolglos und wir wollten halt schon Filme nehmen, die einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, aber ... Eben, vor allem, die mag hier, glaube ich, Ja. Der ist doch jetzt auf Netflix, also bitte. Ja. Also, mir wurde der immer angezeigt unter der Zeit beliebt, das ist kein Witz. Das ist die Definition von, äh, versagener Oskar Köder, halt, der halt so dermaßen darauf versessen war, garantiert, oh mein Gott, der wird all die Oscars abräumen, weil das so typisches Material ist und dann ist er gnadenlos zu Recht untergegangen. Also, ich kann dazu nur eins sagen, ich hab den mit einem Kollegen in der PV gesehen und wir haben vor dem Film haben wir L geguckt und Paul Verhoeven, richtig guter Film, über den man lange und viel reden und diskutieren kann und auch sollte und danach haben wir halt Verborgenen Schönheit gesehen und wir haben uns danach wirklich drei Stunden ins Café gesetzt und haben nur über Verborgenen Schönheit geredet und kein einziges bisschen über L. Ja, so viel zu Verborgenen Schönheit, aber wie gesagt, wir entfernen uns von der Kernthematik gerade immer noch ein bisschen. Also, das ist... Ja, das schneide ich alles ein. Nein! Bloß nicht! Auf gar keinen Fall! Nein, nein, alles gut. Ja, von der Abschweifung in die Abschweifung. Kannst ja vielleicht ein bisschen zusammenstauchen. Was war das jetzt noch bei Netflix? Ja, zu eurer wundervollen Utopie, dass Disney sämtliche Kinos kauft, Netflix ist ja auch fleißig dabei in den USA zumindest. Letzten Endes auch nur zu dem Zweck, also vor allem hier bei Roma, die haben alle möglichen Kinos aufgekauft, auch, ja, also hauptsächlich, glaube ich, in natürlich irgendwie Los Angeles und L.A. Ich meine, es ist ja schön, dass sie irgendwie verfallene Kinos dann retten, aber die sind dann natürlich nur dazu da, um irgendwie Netflix-Filme zu zeigen, damit man die halt zum Oscar einreichen kann und wie bescheuert dieser Oscar-Bate ist, konnte man ja sehen bei Til Schweigers wunderschönen Honig im Kopf-Remake. Zuletzt, also, 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 das, das ist, glaube ich, der größte Oscar-Bate der Geschichte oder der, der, der am glorreichsten gescheiterte. Der ist ja noch nicht mal raus, oder? In Deutschland kommt er, glaube ich, im März oder Mai und ich weiß noch, als Green Book mit Freund im Kino geguckt habe, lief der Trailer. Ich habe den, ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, boah, das ist bewundernswert. Til Schweiger lässt den amerikanischen Filmen so unglaublich deutsch aussehen. Ich finde immer, er versucht, deutsche Filme amerikanisch aussehen zu lassen, tatsächlich. Ja, aber lustig, aber jetzt, dadurch, dass er das deutsche Kino jetzt so geprägt hat mit seiner Massenware, sieht dieser Film, der amerikanisch und so weiter gedreht, das sieht ja jetzt deutsch aus. Ich muss sagen, also der Trailer war so furchtbar und ich, ich halte nicht viel davon, jetzt immer auf Til Schweiger draufzuschlagen, aber ich habe vor ein paar Tagen Klassentreffen 1.0 geguckt, also von daher bin ich dabei, draufzuschlagen. Ich habe heute die ersten, irgendwie so eine Sneak Peek von Warner Brothers auf YouTube gesehen. Boah, ich kann das nicht in Worte fassen, wirklich. Nee, da haben mir die Trailer gereicht, bin ich gar nicht erst reingegangen. Ja, ja. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, das ist einfach ein Trailer, weil die ganze Zeit Musik dudelt, wirklich ununterbrochen, weiß ich nicht, One Republic schlag mich tot drüber gewalzt. Also, ah. Okay, meine Herren, wir haben bei den Oscars angefangen, sind dann über digitale Kundehaufen zur Schambehaarung, ein bisschen Netflix, Til Schweiger-Bashing und jetzt ... Und Disney. Alles ganz natürlich gehört, alles von Oscars. Alles ganz natürlich, ja, das ist wirklich das Kohärenz der Podcast, sag ich. Jetzt mal kommen wir zum Schlussakt, ja, und zwar ... Ja, ja. Was muss denn jetzt passieren, dass ihr nächstes Jahr die Oscars guckt und sagt, meine Fresse, ja, war eine gute Show. Und ich meine jetzt nicht die richtigen Filme gewinnen, sondern einfach von der Show her, von der Veranstaltung. Was muss da eurer Meinung nach passieren? Was ist euer Traum? Ähm, mehr Filmmusik nominieren, die es auch wirklich verdient hat, noch. Das ist einer meiner großen Punkte, denn ich bespreche ja wirklich Filmmusik so professionell, wie es nur geht. Ich kenne mich damit sehr, sehr gut aus. Das kann ich jetzt einfach mal von mir behaupten. Und Jahr für Jahr sehe ich da immer bestimmte Sachen nominiert, wo ich mir denke, sag mal, habt ihr ein Rad ab? Und so viele Sachen werden nicht nominiert, die es so dermaßen verdient hätten. Und deshalb war ich dieses Jahr so froh für Black Panther. Nicht nur ist das die erste Comic-Verfilmung, die beste Originalmusik kriegt, was der Hammer ist. Damals Superman war nominiert, aber hat nicht bekommen. Ähm, das bricht eben auch ein bisschen das Eis, was toll ist. Aber halt eben auch, es war ein toller, toller Score. Und lustigerweise, der war in meiner Top Ten nur auf Platz 10. Und deshalb, ich finde es so klasse, dass es endlich mal so ein Score geworden ist, der auch richtig verdient hat. Aber wohl zugegeben, Isle of Dogs, toller Kandidat. Coole, coole Musik. Ähm, und, ähm, und halt nicht auch Mary Poppins, das ist in dem Sinne auch ein, äh, No-Brainer, dass der nominiert wird. Aber Mark Shaman ist ein, äh, talentierter Typ. Äh, Terence Blunkard ist ein guter Komponist. Und das, was ich von Black Clansman gehört habe, klingt auch cool. Und, äh, das mit, FB Street Code Talk ist definitiv der langweiligste von allen Scores und der Oscar-typischste, weil sie danach immer Ausschau halten. Ich wünschte einfach nur, die würden sich mal ein bisschen mehr noch ausbreiten und darauf achten, hey, all diese richtig tollen Fantasy-Filme oder sogar Blockbuster-Filme haben so tolle Filmmusik und das wird immer gar nicht gewürdigt in letzter Zeit. Also, das ist für mich eine der Hauptsachen, dass die mal ein bisschen mehr, mehr Sachen nominieren, ein bisschen mehr Diversity zeigen, was Filmmusik angeht. Aber jetzt, äh, Black Panther ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Aber würde das denn die ganze Veranstaltung für dich jetzt retten? Also, wenn jetzt diese eine Kategorie halt, äh... Nein, nicht die eine. Das war nur halt ein Rant, den ich auch unbedingt noch loswerden wollte vor Schlaf. Ah, okay, verstehe. Aber, ähm, ich, weil ich finde, die Verleihung ist ein Schritt in die richtige Richtung gegangen mit bestimmten Sachen. Konzentriert euch mal aufs Wesentliche und macht das nicht, und macht das nicht in eine Flut aus Trump-Witzen und dämlichen Selfie-Jokes oder was auch immer. Ähm, und eben auch, die haben ja auch Diversity gezeigt in den Nominierungen. Ich wünschte halt nur wirklich die würden sich ein bisschen auf Sachen konzentriert... Äh, ja, was die Akademie besser machen kann, guckt bitte alle Filme, die da nominiert sind. Also halt, nominiert bitte Filme, die ihr auch gesehen habt. Das ist das Allerwichtigste. Und vor allem setzt da nicht irgendwelche Leute da rein. Habt ihr mal gehört, was, äh, derjenige, der über bestes Make-up und Hairstyling abstimmen durfte, was er gesagt hat, warum er Suicide Squad, äh, gewählt hat? Nee. So schön bunt? Weil Marco Robby halt so heiß aussah. Oh, fuck off. Aber, äh, was ich jetzt noch beisteuern kann, äh, also ich finde, es sollte wieder mehr, also Stu hat's eigentlich grad schon, äh, zum Anfang hin relativ gut formuliert. Es ist halt eine reine Preisverleihung gewesen. Und, äh, also ich gebe zu, dass es ein ganz, ein bisschen straffer war, war ein Schritt in die richtige Richtung, aber ich finde, sie sind jetzt irgendwie ins andere extrem gekippt. Sie müssen irgendwie so ein Gleichgewicht finden zwischen Show und Preisverleihung. und, ähm, ich möchte einfach Billy Crystal wiederhaben. Ist das so schwer? Ja, aber der hat schon so oft, der hat ja auch keine Lust mehr. Die mussten den ja teilweise schon zwingen dazu, der arme Kerl. Ja, aber er ist geil. Ich, ich will das nochmal James Franco und Helbway jetzt machen. Oh mein Gott. Da, da, da startest du jetzt eine Petition. Warum nehmt ihr, hallo, ihr habt sie genau vor eurer Nase sitzen. Nehmt Keegan, Michael Key und Jordan Peele als Moderator. Oh, das wäre super. Ja, stimmt. Oder, oder nehmt, nehmt, äh, also, das, das fand ich ja auch so fies hier mit, mit Amy Poehler und Tina Fey. Äh, die haben ja auch mal zusammen irgendwie die, äh, Golden Globes gemanagt vor ein paar Jahren. Das war ja super geil. Und als die dann da aufgetreten sind, auch mit, mit Maya Rudolph dann und von wegen so ich weiß noch, zu, zu Patrick hatte ich geschrieben, das, das ist wie so ein Teaser zu einem Film, der da nie, niemals gekommen ist. Weißt du? Das, das, das war einfach richtig, richtig scheiße an der Stelle. Vor allem, sie wirkten irgendwie dann auch so ein bisschen, also, das war okay, aber es war halt so ein, keine Ahnung, dieses eingeständnis, ja, wir moderieren ja gar nicht und so. Das war irgendwie scheiße an der Stelle. Ich glaub noch nicht mal, dass ich das geschrieben hab, aber ich hab das vorhin auch hier erwähnt und mir hat auch dieser, äh, Show, dieser Event-Charakter gefehlt, das war für mich eben wirklich so ein Runterrattern von der Liste. Und bei Olivia Colmans Rede, da wurde's ja auch noch emotional. Also das Einzige, wo man irgendwie mal emotional wurde, war bei, äh, Shallow. Das war ja irgendwie auch kalkuliert, mehr oder weniger und halt hier, ja, also das Einzige, was wirklich noch irgendwie so übrig war von dem alten Schema, sag ich jetzt mal, war das in Memoriam, wo auch noch, äh, welche gefehlt haben, so einige. Extrem, wo war Dick Miller? Ja. Mir hat's auch so ein bisschen gefehlt, dass die sich gefreut haben oder so, dass die dann wirklich so euphorisch waren, diese euphorischen Sachen, die haben mir da auch gefehlt. Ein paar haben dann wirklich so, ach ja, cool, nehm ich jetzt an, hab schon damit gerechnet. So hat das auf mich gewirkt. Ja, extrem, da gab's schon ein paar emotionale Sachen. Mir ist ein bisschen anderer Punkt eingefallen, abgesehen davon, dass die, abgesehen davon, wollen dann versuchen, professionell zu wirken oder wie auch immer, weil ich mag immer diese Gefühlsausbrüche total gerne. Damals, als Küba Gooding Jr. gewonnen hat, ähm, hat er sich ja auch so, Roberto Benigni. Roberto, oh Gott, ja, die Aktion. Ja, sowas hat Spike Lee jetzt angeverleihert. Ähm, oder, äh, Dingens, ähm, wie war das? Eddie Redmayne da. Wow! Und so, äh, so viele, klar, könnte emotionaler sein, könnte noch ein bisschen mehr Showanteil haben, hast du recht, du hast schon ganz recht, man muss einen Mittelweg finden, die sind echt in der, im Lernprozess gerade, in der Umstrukturierung. Abgesehen von der Sache, die ich gesagt hatte, von wegen, die sollen bitte auch alle Filme sehen und viel mehr Filme sehen und nicht einfach nur das abstempeln als, äh, wie auch immer. Und meine Kinder fanden den Film gut, also wird der Animationsfilm nominiert. Äh, was für mich noch zusätzlich wichtig wäre, bessere Clips zeigen, die Filme repräsentieren, gerade in den, gerade in der Schauspielkategorie, weil ganz oft sind die so unglaublich nichtssagend in dem Clip, äh, über Amy Adams. Die spricht kaum in dem Clip. Äh, der, oder die größte Frechheit, da hat er mir wirklich leidgetan, Rami Malek, das ist nur eine, wo er Lippen, wo er synchron die Lippen bewegt, zu einer anderen Stimme. Das fand ich die Oberfrechheit. Die müssen bitte bessere Clips auswählen. Ja, aber bei Rami Malek, sagen wir ehrlich, der hat gut gespielt, aber ein Teilverdienst des Oscars geht auch an die Zartprothese, ne, muss man mal ehrlich sagen. Ja, ja, aber die hättest du bei einem Sprechclip, hättest du die besser mitgekriegt. Also, äh, also deshalb finde ich, das fand ich echt eine große, große Frechheit und ich will, dass die bessere Clips auswählen, auch damals als Heath Ledger gewonnen hat. Die haben mit Abstand den nichtssagendsten Clip im ganzen Film gezeigt, um ihn zu repräsentieren. Ja, bei Dings war das auch sehr dämlich, zum Beispiel bei, also ich hab ja heute Abend erst Weiss gesehen und warum haben sie nicht zum Beispiel einfach den Clip genommen, also ist jetzt kein Spoiler eigentlich, gegen Ende des Films schaut er halt direkt in die Kamera und hält einen recht langen Monolog, also wirklich an den Zuschauer, warum haben sie das nicht genommen? Stattdessen irgendwie, wo er mit, mit Sam Rockwell im Büro sitzt und dann gibt's auch noch einen furchtbaren Schnitt zu diesen, äh, keine Ahnung, wie er beim Arjen ist, also generell, also der Schnitt von Weiss, also da, da kann ich mich auch Sto von vorhin anschließen, also das ist mir unbegreiflich, also was, was da schief gelaufen ist. aber da ist es wieder, wie gesagt, das, das wünsche ich mir, die sollen bitte die Filme auch angucken und bessere Repräsentationsclips. Die Teaser in der Werbung, die haben ja besseres Bildmaterial gezeigt, als die Teaser bei den Oscars. Agreed. Nächstes Jahr gewinnt den Oscar gleich der Rolex-Spot. Fertig. Besser Kurzfilm. Ich hätte auch noch was anzumerken, ähm, und zwar, äh, Populär-Oscars ist ja nichts geworden, aber ich hätte vielleicht eine Oscar-Kategorie, die ich schon lange fordere, aber die Academy hört mir nicht zu, äh, die die Oscars so ein bisschen off öffnen würde für populäre Filme und zwar verlange ich seit langer Zeit einen Stunt-Oscar. Ja. Ich glaube, so ein Stunt-Oscar, äh, wie gesagt, da könnte man auch sowas wie halt Fast or Furious irgendwas halt populäres, äh, reintun, denn, seien wir ehrlich, die normalen Oscar-Filme sind jetzt nicht wie Stunts bekannt, außer jetzt halt Fury Road. Oder Saving Private Ryan. Ja, sowas, also ich glaube, so ein Stunt-Oscar wäre, glaube ich, ganz interessant. Ähm, dann, was sie ändern müssten, aber das ist nicht das Problem mit der Academy, sondern einfach des amerikanischen Fernsehsystems, ist diese Werbeunterbrechung. Das ist halt, einfach, was schon immer gestört hat. Äh, ich hab's ja schon erwähnt, wenn nach 15 Minuten 5 Minuten Werbung kommt und das halt über 3 Stunden, das ist, das zerstört einfach den Flow. Ähm, ich hatte nie das Gefühl, ich bin jetzt wirklich richtig in dieser Verleihung drin. Ich wurde immer rausgerissen. Ja, ja, nee, da stimme ich zu, aber halt, wie gesagt, das ist bestimmt eine sauteure Veranstaltung und da brauchst du viele Sponsoren und die brauchen dann auch ihre Plätze, ihre Reitschübe. Ich glaube, auch wenn ich den Host nicht vermisst habe, ich glaube, ein guter Host, zum Beispiel Billy Crystal, ähm, tut der Veranstaltung gut, aber sie muss dann auch, äh, zwischen den Verleihungen, also zwischen den einzelnen Preisträdern auch ein bisschen Show bieten. Und mit Show meine ich jetzt nicht, bitte singt eure Oscar-Songs, sondern auch vielleicht mal lustige Einspieler, nicht nur am Anfang, sondern auch mal zwischendurch. Und dann könnte so eine Veranstaltung, ähm, auch gut werden. Und mein Motto ist da, vier kurzweilige Stunden sind besser als drei stumpfe Stunden. Und die letzte Veranstaltung war halt drei Stunden relativ kurzweilig, im Kontext zu den letzten paar Jahren, aber sie war halt unglaublich stumpf. Und deswegen, äh, muss ich sagen, hat mir die auch jetzt insgesamt nicht so gut gefallen. Ja, bei mir war es so halbe-halbe. Ich war halt angetan von der, äh, in der Kürze liegt die Würze, in dem Sinne. Und, äh, direkt am Anfang haben die Oscars auch verkackt, weil die zeigen am Anfang diese, diese, so diese schönen Montagen immer. Und da zeigen sie ja nicht nur Filme, die nominiert waren, sondern allgemein was aus dem Kinojahr davor. Was so alles gab. Oder zeigen die ernsthaften Clips aus Venom. Da hab ich so laut, da hab ich, da hab ich, da ist mir fast eine, eine Niere geplatzt vor Lachen. Ich dachte erst, sie hätten eine aus Holmes and Watson gezeigt, aber das war dann doch hier, äh, das, das, äh, Stan Laura und Oliver Hardy-Video erscheint. Geil, aber halt, die zeigen all diese Sachen oder zeigen die ernsthaft was aus Venom. Also, das ist echt, ja, gut, meine Herren, ähm, ähm, wollen wir das Ganze nicht noch auf einer, äh, kleinen, unglaublich positiven Note, äh, beenden? Wir sind uns doch alle einig, dass, äh, Mission Impossible Fallout der größte Oscar-Snap überhaupt ist. oh Gott, ja, das hätte ich jetzt vorhin fast vergessen zu sagen. Da die, das nicht im technischen Bereich irgendwo zu nominieren, ist die Oberfrechheit. Beste Kamera, bester Schnitt, auch im Sounddesign, vielleicht sogar Musik, halt, Musikklasse. Bester Schnurrbart, vielleicht sogar Regie. Regie? Warum nicht? bestimmte sind gerade, aber in allen, fast in sämtlichen technischen Bereichen, hätte ich gesagt, da braucht ihr aber sowas von einer Oscar-Nominierung. Also, das war echt eine Frechheit. Aber, bester Schnurrbart, nur wenn Justice League noch im Nachhinein der beste Oberlippe bekommt, also, dann. Die beste ist bestes Make-up für Henry Cavill, in dem Fall dann für, ja. Okay, so, ich muss gestehen, als wir angefangen haben, dachte ich, komm, das war so ein 30-Minuten-Ding, jetzt kratzen wir leicht an der 90-Minuten-Marke. Ja, das wird eine lange Nacht für mich. Das wird eine lange Nacht, ja, vor allem, weil ich morgen früh raus muss. Deswegen, als Moderator, sage ich jetzt einfach, Schluss, aus, das war's. Okay, coole Sache. Ja, ja. Roll credit. Außer, außer, einer von euch hat noch irgendwas, was er unbedingt loswerden möchte, dann gebe ich ihm jetzt die Chance. Ein und zwei. Ich glaube, ich habe alles, ich habe, ich habe, ich habe, alles gesagt tatsächlich. Das ist schön. Patrick, hau mal einen raus. Mir fällt auch nichts an. Und das war für mich eben ereignislos. Ja, Star Wars Episode VIII war nicht dabei. Da bin ich froh drum. Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt habe ich ihn getriggert. Star Wars Episode VIII, oder wie ich ihn nenne, einen sehr, sehr guten Star Wars Film. So, bevor das jetzt auch, bevor das zu drei Stunden hier wird. also, ähm, ja, genau, ähm, ich nenne ihn einen guten Star Wars Film. Oder wie ich ihn nennen würde, ein Star Wars Film. Gut, Schluss, aus, Ende, mit Kios. So, ich bedanke mich bei Patrick, bei Lasse und beim Dominik und, äh, auch bei mir dafür, dass wir uns relativ kurzfristig, sag ich mal, hier zusammengefunden haben. Äh, es war ein sehr interessantes Gespräch und ich hoffe, dass wir das bald, äh, fortsetzen, dann wahrscheinlich zum Thema Disney, Netflix und wahrscheinlich auch Star Wars Episode VIII, so wie sich das jetzt angehört hat. Ähm, bitte kommentiert fleißig, äh, kann man überhaupt beim Teleschamtisch kommentieren? Ich weiß es gar nicht. Nee, und um mal ein kleines Zugeständnis zu machen, ich fand die Kommentare von Dominik auf Twitter deutlich unterhaltsamer als die Oscars selber. Ja, Dankeschön für die Blumen. Ja, war okay. Ja. Gut, ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten es zumindest, äh, verzeiht uns, wenn das alles ein bisschen chaotisch war und, glaube ich, ein Drittel des Podcasts nicht über die Oscars ging, aber hey, wir hatten Spaß, ich hoffe, ihr hattet es auch. Ich sage Tschüss und, äh, übergebe das Wort nochmal euch, dann könnt ihr euch auch nochmal verabschieden. Tschüss. Yay. Ähm, also, ähm, mich könnt ihr finden, mich und meine Projekte, ähm, ich bin auf Facebook und Twitter unterwegs, at Lasse Vogt. Mein eigener Podcast heißt Fans about Films, zu finden auf Soundcloud und iTunes. Da kommen in der nächsten Zeit bestimmt einige richtig coole Episoden. Ich, äh, betreibe einen anderen Podcast, It's a 90's Christmas Podcast, zusammen mit Live Press, nur auf Englisch. Ähm, ich, und ich schreibe, ich habe einen, ähm, äh, YouTube-Kanal, Verdeppert, da mache ich meine regulären Film-Reviews. Und ich schreibe sehr ausführliche Soundtrack-Kritiken auf scogeek.wordpress.com. Schaut unbedingt vorbei, ich freue mich. Ja, ich habe keinen eigenen Podcast oder einen Blog, äh, mich findet man online unter, äh, meistens unter Dom Carnage. Äh, auf Moviepilot tatsächlich noch unter meinem alten Profi-Namen Drehmumdi-Bolzen. Äh, und, ja, würde mich freuen. Also auf, auf Letterboxd findet man mich zum Beispiel halt dann auch unter Dom Carnage. Okay, ähm, ja, ich bin auch ohne festen Podcast, aber ich bin regelmäßiger Stammtast, äh, Gast hier beim Tele-Stammtisch und eben auch bei den Comic-Cookies, die so miteinander ein bisschen verbandelt sind. Ja, bei Letterboxd bin ich als Paddywise zu finden. Ansonsten fällt mir auch nichts weiter ein. Na dann, tschüss. Tschüss, tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Applaus 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 Applaus